An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo Hauke. Hallo Bibi. Hallo Phil. Hallo Pibi. Und herzlich willkommen euch da draußen, die ihr jetzt gerade diese Folge hört. Denn es ist die erste Folge nach der Taktika 2024. Wir haben einen Gast eingeladen und ich begrüße ganz herzlich den lieben Gnorz von den Tabletop-Freibeutern. Hallo Gnorz. Hallo Pibi. Moin. Ey Jungs, es ist schon so lange her, dass wir eine kleine Art Klassenfahrt gemacht haben zur Taktika. Und darüber reden wir heute so ein bisschen. Und ich bin sehr gespannt, was noch so bei euch hängen geblieben ist. Also wir wollen jetzt nicht die ganze Taktika auseinandernehmen und so weiter. Das haben schon viele Podcasts und viele Livestreams vorher schon für uns erledigt. Und dafür erstmal vielen Dank. Aber wir haben trotzdem so ein paar Highlights, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und später dann natürlich auch nochmal gucken, woran wir gerade so arbeiten. Gnorz, ihr habt ja angefangen mit der Platte, die zu bauen und euch Gedanken darüber zu machen, wie kann man das alles hinstellen und so weiter und so fort. Vielleicht nehmt ihr uns erstmal mit so auf diese gedankliche Reise, wie es zu dieser Platte gekommen ist, die wir vorgestellt haben zusammen. Ja, also es war relativ schnell klar nach der letzten Taktika, dass wir in irgendeiner Art und Weise nochmal was mit dem Grimdug Future Firefight Regelset machen wollen. Aber dann auch in Kooperation mit euch. Und ich weiß gar nicht, wer genau von uns die Absprache mit euch getroffen hat, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Aber dann war die Idee, dass wir diese alte Freebooters Fate Platte noch haben, die wir weiterverwenden könnten mit diesem ganzen Wasser drauf halt. Und dann hatten wir so ein paar Tonnen, also so Gelände, Bunker und die ersten von diesen Stegen von unseren Nekromunda Versuchen. Ja, daraus ist dann dieser Bohrturm geworden irgendwie. Das wucherte dann vor sich hin. Du meinst, es ist organisch gewachsen? So wie das meiste bei uns im Club ist, ist das halt irgendwie genau vor sich hin gewachsen, bis es dann so war, wie es war. Ja, super geil. Und dann habt ihr euch ja hingesetzt und habt in so Nacht-und-Nebel-Aktionen das Ganze gedruckt, bemalt und dann euch zu Testspielen getroffen. So, dass dann irgendwie mal geguckt wird, wie könnte man das am besten dann irgendwie hinstellen. Und wir haben immer nur irgendwie Bilder gekriegt über unsere Gruppe, die ihr da reingepostet habt. Und ja, da waren wir immer wirklich erstaunt von wegen so, was ihr dann da gerade irgendwie macht und welches Layout jetzt am besten und sofort passt. Und ja, deswegen, das war eine supergeile Kooperation, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Das war geil. Auf jeden Fall. Die Kooperation war mega. Das hat unglaublich vorangetrieben. Ich glaube auch nicht, dass wir das ohne diese Kooperation so auf die Beine gestellt hätten. Was das Drucken angeht, da muss man einfach ganz derben Respekt an Julius und seinen Vater aussprechen. Der hat den Club-Drucker bei sich im Büro stehen und der lief teilweise 24-7, damit das alles rechtzeitig an den Start geht. Und an Patrick, der irgendwie auf unserer Seite so ein bisschen das Mastermind dahinter war, der die ganze Zeit gesagt hat, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Und an Mo, der in unglaublicher Geschwindigkeit dieses Gelände hinterher dann auch angemalt hat. Das war krass. Ja, und es sieht wirklich krass aus. Also wenn ihr da draußen nochmal Bilder sehen wollt, schaut einfach mal bei uns bei Insta vorbei oder vielleicht bei irgendwelchen Leuten, die ein Video zu diesem Ganzen gedreht haben, die dann über die Taktiker geschlindert sind. Schaut euch das wirklich einfach mal an. Das war echt eine mega Platte, ey. Wie schnell Mo auch war. Also Patrick hat oder Julius hat einen Tag Gelände vorbeigebracht und Patrick sagt, hier, das muss angemalt werden. Das war keine Ahnung, ich würde sagen, Kilo Plastik oder so. Und Mo geht rein, kommt eine halbe Stunde später raus und sagt, fertig. Ach Quatsch. Und er war nur so, äh, doch, 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 doch. Alter Pasta, ey. Also voll gut. Ja, aber wirklich voll gut, ey. Das war die Maschine, ey. Mo die Maschine, ey. Vielleicht kriegen wir noch ein T-Shirt gedruckt oder irgendwie sowas. Mo die Maschine, why not? Wäre doch eine coole Idee. Ja. Ja, Phil, wir haben uns dann ja dann um die gegnerischen Minis haben wir uns gekümmert. Wir haben die gedruckt und haben die dann auch noch bemalt. Alien Hypes. Das war auch mal was anderes, mal Figuren nicht für sich zu bemalen, sondern für so eine Aktion oder halt generell für jemand anderen. Das hat mir auch noch mal gezeigt, ähm, also Commissions ist nicht meins. Das werde ich niemals machen. Oh, da geh ich voll mit, ey. Das ist mir echt zu stressig. Das ist echt gruselig. Vor allem muss man sich überlegen, also Phil hat einen Teil der Minis bemalt und ich hab einen Teil der Minis bemalt. Und wir wohnen ja nun mal nicht gerade nachbarschaftlich irgendwie zusammen, sodass wir uns dann immer irgendwie nur Bilder von den Minis geschickt haben und dann überlegt haben, wie hast denn das gemalt, wie hast denn das gemalt, wie können wir denn das und das malen? Sodass die dann irgendwie harmonisch dann auf dem Spielfeld zusammengepasst haben. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich gut gelungen. Ja, und das, obwohl wir komplett unterschiedliche Bemalansätze auch gewählt haben zum Teil. Also klar, wir haben beide ein Oil-Wash benutzt, aber ich glaube, alles, was davor passiert ist und was danach passiert ist, waren wir wirklich auf unterschiedlichsten Pfaden der Bemaltechniken unterwegs. Und trotzdem ist eigentlich dann doch ein ganz harmonisches Ergebnis, wie du schon sagst, rausgekommen. Also fand ich auch, dass das, das hat schon ganz gut geklappt. Und ja, der Hauke, der hat natürlich auch nicht, sag ich mal, faul da neben gesessen, sondern der hat sich ganz viele Gedanken gemacht, wie man das Spielszenario umsetzen kann. und hat da quasi einen Vorschlag mit eingereicht. Und ja, der wurde dann zwar ganz schön eingestammt von den Freibeutern beim Testspiel. Aber ich denke im Nachhinein, also ich habe ja auch ein paar Testspiele gegeben. Das war schon ganz gut so, dass das, ja, dass das ein bisschen simplifiziert worden ist. Und so konnte man halt auch Menschen, die noch nie One-Pay-Tools gespielt hatten, das ganz gut zeigen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute alle echt viel Spaß hatten. Ich weiß nicht, Knurz, hast du auch ein paar Testspiele gegeben? Oder hast du mehr so mit der Flasche Bier daneben gestanden und zugeguckt? Ja und nein. Also ich glaube, ein ganzes Testspiel habe ich nicht durchgehalten. Dafür war dann doch immer viel zu viel los. Und ich bin dann auch ganz schnell abgelenkt und wandere wahllos durch die Gegend. Aber ich war bei sehr, sehr vielen Testspielen halb dabei oder drei Viertel dabei und bin immer wieder dazugekommen. Und was man sagen muss, es waren, wir haben ganz viele Leute an den Tisch gequatscht, die gesagt haben, eigentlich lieber nicht, weil ich habe noch nie Tabletop gespielt. Und ich will das, also was soll ich da, ich halte auch alle nur auf. Und die waren hinterher im Blutrausch und haben gesagt, knallt den Zwerg ab. Ich muss jetzt hier noch den Zwerg abknallen oder den Echsenmenschen. Sie sind total eskaliert und hatten den Spaß ihres Lebens, obwohl sie vorher eigentlich gar nicht an dem Tisch sitzen wollten. Und das war ja wohl die beste Werbung für das Hobby. Hauke, kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, was du für Regeln geschrieben hast für diese Viecher? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also der Grundplan war einfach, dass ihr das mal macht und ich mich ein bisschen mit dem Szenario beschäftige. Ich habe das Szenario im Prinzip angelehnt an die Hive-Ereignis-Tabelle bei Necromunda V1. Und da es das so ein bisschen in die Richtung entwickelt, aber es ist natürlich ein iterativer Prozess. Also dass da später eingestampft wurde, bin ich überhaupt nicht böse drüber, ganz im Gegenteil. Entscheidend ist einfach, dass irgendeiner anfängt, irgendwas zu schreiben, mit dem dann die anderen weiterarbeiten können. Ich hatte die Platte ja auch gar nicht hier zu Hause. Also alleine schon Entfernung und sowas, alles ins richtige Verhältnis zu rücken, geht einfach nicht aus der Ferne. Das kannst du nur machen, wenn du wirklich an der Platte sitzt. Von daher war klar, dass das, was ich als Vorarbeit leiste, ist halt der erste Schritt. Und das haben dann die Tabletop-Freibeute halt aus meiner Sicht genau richtig gemacht, in denen es einfach niedrigschwellig, spaßorientiert war. Und das, was Gnorz gerade sagte, ist tatsächlich das Allerbeste, was man erreichen kann. Es macht Spaß und schön, wenn ein absoluter Veteran sagt, ey, war ein geiles Spiel. Aber noch viel größer ist einfach, wenn jemand sagt, ich traue mich da eigentlich gar nicht so ran. Und dann am Ende einfach sagt, knall den Zwerg ab, knall den Zwerg ab. Das ist großartig, echt. Ja, man muss vielleicht auch ein bisschen noch weiter vorerzählen. Also wir sind dann ja Freitag angekommen und haben dann unsere Jugendherberge bezogen und haben dann ja noch den lieben Daniel von Maggebutato mit aufgenommen. Und haben daraus wirklich so eine Art Klassenfahrt 2.0 gemacht. Also, dass man abends biertrinkend auf dem Zimmer der Jugendherberge sitzt und noch nebenher irgendwie, keine Ahnung, was bastelt. Also sprich, wir haben ja noch Baceränder gemalt und wir haben ja auch noch die Bases wirklich gemacht für die Figuren. Sodass sie am nächsten Tag wirklich dann spielfertig für die Platte bereitstanden. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben dann wirklich Baceränder gemalt. Also Phil und ich und die anderen beiden stand daneben, haben Bier getrunken und haben dumme Sprüche gemacht. Es war einfach super. Ich stelle mir das ziemlich genauso vor, wenn man mit Team Würfelkrieg halt kurz vor der Taktik halt auch irgendwo im Raum ist. Nur, dass Phil nicht ganz so gut aussieht wie Evelyn. Aber die Haarlänge haut, glaube ich, hin. Hallo? Hallo? Aber es war absolut witzig. Also es war eine sehr, sehr gute Kombi mit dem Quartett, was wir da hingelegt haben. Und von daher, dann sind wir abends ja noch essen gegangen. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ja, nur das Ende war ein bisschen schwierig. Ich wollte es gerade sagen, das Ende war ein bisschen sehr, sehr schwierig, weil als wir dann zum Beispiel mit den Jungs von TWS dann essen gegangen sind und die Jungs von Phantasmus Tabletop waren auch noch mit dabei, sind wir zu einem kurden, kurdisches Restaurant, türkisches Restaurant. Egal, es war lecker. As-Urfa. In Hamburg. Genau, das ist As-Urfa. Und dann haben wir unser, so wie man das halt macht, so als Landei, man bringt sein Auto halt ja in so eine Parkgarage. So, und wir sitzen da, essen und klönen und schnacken und irgendwann so um halb zehn denken wir uns so oder Richtung halb zehn denken wir uns, jetzt ist auch Zeit nach Hause, morgen früh geht los und dann müssen wir auch früh raus aus dem Bett. So, und dann wollen wir in dieses Parkhaus rein. Hat dieses Parkhaus zu, komplett. Nein. Schottendicht. Aber sowas von schottendicht. Also da ging gar nichts. Also du konntest da stehen und klopfen und nicht einfach irgendwie Karte irgendwo rein und dann geht ein Tor auf oder sowas, sondern dann blieb uns nichts anderes übrig, als diese angegebene Telefonnummer zu wählen. Und dann war ein sehr netter junger Mann dran, der gesagt hat, ey, hätte ich dir jetzt fünf Minuten später angerufen, wäre ich weg gewesen. Und dann hätte uns das ganze Ding, weil er uns dann von extern helfen musste, sprich er musste anfahren, er musste dann die ganzen Schotten wieder aufmachen und so, hätte uns das mal eben so lockerflockig 35 Euro zusätzlich gekostet. Ja, das bin ich für Hamburg nicht gewohnt. Also selbst hier in Osnabrück, wenn man da ein Parkhaus hat, da kann ich in 24 Stunden mein Auto rausholen. Aber ich erinnere mich noch, wie Micha meinte, an der T-Kreuzung, da ist direkt das Parkhaus, da müsst ihr reinfahren. Aber was haben wir gemacht, wir sind einfach gleich in das erstbeste Parkhaus rein, weil so in Hamburg Autofahren, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, bestimmt. Ich mag das echt nicht gerne, ich finde das immer ziemlich kompliziert und da bin ich dann froh, einfach nur anzukommen und da zu sein, wo ich hin muss und bin dann einfach wie im Autopilot da rein und auf keine Schilder geachtet und gar nichts. Dazu muss man sagen, vor diesem Schild stand auch noch so eine Baustellenampel oder sowas. Also es war jetzt auch nicht so offensichtlich, dass da irgendwie Öffnungszeiten sind. Ja, aber weil das irgendwie zu diesem Phoenix Center dazugehört und die da besonders auf Sicherheit Acht geben, haben die halt gesagt, ja, da machen wir um 20.30 Uhr quasi dicht. Und nachdem wir hochgegangen waren zu unserem Auto, ist uns auch schon wieder der Wachmann mit einer Gruppe junger Damen entgegengekommen, die dem gleichen Schicksal anheimgefallen sind wie wir, die halt auch vor verschlossener Türe standen und dann eine Minute nach uns quasi angerufen hatten. Und ja, dann konnten wir zum Glück aber rausfahren und sind dann auch direkt in die Jugendherberge. Und was man vielleicht noch dazu sagen, erzählen könnte, wir haben ja dann am Freitag, als wir bei der Taktika angekommen sind, auch noch so ein bisschen Packesel gespielt auf jeden Fall. Ja, stimmt. Um mal so die ganze Story zu erzählen. Piwi hatte zum Glück eine Sackkarre dabei, das hat auch einiges geholfen und haben dann noch so ein paar Leuten beim Aufbauen geholfen. Es war auch mal ganz schön, die Taktika mal so von der ganz anderen Seite zu sehen. Also nicht nur so als einfacher Besucher, sondern auch mal so hinter die Kulissen zu blicken, den großen Saal zu sehen, wo noch nichts aufgebaut war. Also da stand auch der Stand von Dennis noch nicht auf der Bühne und so. Das war schon echt ganz cool, muss ich sagen. Also das war so ein ganz besonderes Erlebnis für mich jedenfalls. Ja, das stimmt. Wenn man sowas nicht sieht und vorher noch nie gesehen hat, sondern immer nur so als Besucher dann durch die Tore gegangen ist und dann auf der Messe war, dann ist das schon echt ein ganz, ganz freaky Ding und man ist ja sofort mit den Leuten ins Gespräch gekommen und das fand ich einfach so geil. Also man ist sofort irgendwie in so einer freundschaftlichen Atmosphäre und die haben natürlich auch die Hilfe, muss man auch sagen, sehr, sehr dankend angenommen. Das war total gut. Das war total gut. Ja, und dann Samstag, Sonntag, ganz ehrlich, ja, da ging es ab. Also genau aus euch muss man ganz ehrlicherweise ein dickes, dickes Danke sagen an euch gesamte Freibeuter, die da gewesen sind, weil ihr habt wirklich zu 99 Prozent die ganzen Demos da geleitet und das war der absolute Burner, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ihr da Leuten durchgeschleust habt, während wir da gestanden haben und haben Dinge getan, ganz ehrlich, da habt ihr wirklich fetten Respekt verdient. Alle Freibeute, die da gewesen sind, die mitgeholfen haben, dieses ganze Wochenende zu einem wunderbaren Erlebnis zu machen, das war wirklich gut. Danke. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass nicht so viele Leute mit uns reden wollen und wir entsprechend sehr viel mehr Zeit haben, ungestört Demos. Das muss man halt auch so sagen. Aber ja, es war mega. Es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht und gerade Thorsten und Moe haben da ja auch unglaublich viel abgerissen, muss man einfach sagen. Das war schon sehr stabil. Ja, also was die sich dann an Leuten da durchgeschleust haben. Ich habe es irgendwann nicht mehr gezählt, wie viele Demos es gewesen sind. Haben die Jungs irgendwie danach nochmal was gesagt? Haben die so ein Buch geführt? Es ist, nee, es war auch so, es war ja auch einfach so, dass nach der Con war ja für uns, also direkt die nächste Con, so dass da auch irgendwie keine, es hat bis jetzt bei uns noch keine richtige Rekapitulation stattgefunden. Es war, genau, nach der Con ist vor der Con quasi für uns gewesen. Ja, aber das war schon echt krass, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Samstagabend war dann ja irgendwann die Taktika zu Ende. Da gab es ja noch so diese Aftershow-Party, wo dann die ganzen Aussteller dann sich dann einfach mal untereinander unterhalten konnten. Das war sehr, sehr schön. Also man ist da wirklich mit Leuten ins Gespräch gekommen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, mit denen man einfach mal hier und da quatschen wollte. Ich hätte das ganz gerne vielleicht noch ein bisschen weitergemacht oder irgendwie sowas, aber irgendwann um Zähne, dann kam mir irgendwann so der Mann mit der Glocke um die Ecke und bimmelte dann quasi einfach alle dann halt raus und sagt, so jetzt ist hier Ende. Also das war ein bisschen, das war ein bisschen schade, obwohl ich es auch gut gebrauchen konnte, weil ich musste ins Bett. Ja, in der Tat, aber ich kann es auch verstehen. Also die Leute von der Orga, die müssen ja dann auch am nächsten Morgen wieder ganz früh da sein und dass die dann irgendwann sagen, so jetzt ist mal Schicht hier, das ist auch vollkommen legitim. Also kann ich gut verstehen. Schicht in Schacht. Ja, apropos Schicht in Schacht, ihr habt euch ja auch ganz gut mit dem Artilleriefeuer unterhalten, was ihr da so ausgegeben habt. Das darf man ja auch nicht unbedingt irgendwie unter den Teppich kehren, was ihr beiden euch da so alles reingedrückt habt. Ja, ich sag mal so, um zehn das erste Konterbier, das war schon krass. Also ich habe es richtig wie so ein Festival einfach gehandhabt, das Wochenende, muss ich ehrlich sagen. Und so hat es sich auch irgendwie ein bisschen angefühlt für mich. Also ich habe einfach, ich habe mich einfach ein bisschen gehen lassen. Im Leben habe ich nicht damit gerechnet, dass du am Sonntag wieder da bist. Oh, echt nicht? Und auch noch fit. Ich war sogar fit. Null. Null. Ich weiß das so, ich kam irgendwann nachmittags, oh, das muss, also das, lass das 14 Uhr gewesen sein oder irgendwie sowas. Dann kam ich irgendwie, ich glaube, ich war in der großen Halle oder irgendwie was. Und dann kam ich wieder nach oben und dann waren gerade die, ich glaube, die Binnenboys waren da. Kann das sein? Und dann habt ihr mit denen, glaube ich, die letzten Tröpfchen aus der Artilleriefeuerflasche habt ihr dann euch genehmigt. Und ich war traurig, dass ich nichts mehr abgekriegt habe. Das war schade. Ja, nächstes Mal. Na gut, du musstest aber auch fahren. Ich musste fahren, ja, ja, genau, richtig. Deswegen, also das war, das war natürlich auch noch so eine Geschichte. Wir haben ja in der Jugendherberge gepennt und die war, Hauke, wie viele Kilometer sind das Pi mal Daumen? Wie lange sind wir gefahren mit dem Auto? Kilometer weiß ich nicht, 20 Minuten fährst du. Ja, also von daher, das ist dann auch nicht mal eben so um die Ecke gewesen, dass man das Auto hätte stehen lassen können und dann einfach sich zu Fuß dann auf den Weg gemacht hätte. Von daher, das fand ich eigentlich ganz, ganz praktisch, dass wir dann halt doch mit dem Auto irgendwie angefahren sind und uns dann vor Ort einen Parkplatz gesucht haben. Und Samstagabend war ich ja um, ich glaube um 17 Uhr oder sowas oder 17.30 Uhr waren wir noch mit Dice Dennis und dem Christian Schlumberger waren wir verabredet und haben ja eine Live-Aufnahme und einen Live-Mitschnitt quasi für deren Podcast Radio Hobbybruch gemacht. Und da gab es ja auch noch was zu trinken. Und ich wusste ja, dass ich erfahren musste und habe dann immer nur so, immer so dran genippt an meiner kleinen Dose Captain Morgan mit Cola, was ehrlich gesagt richtig scheiße schmeckte. Also das war, also wer das noch nicht gehört hat, ey, hört euch das an bei Radio Hobbybruch oder guckt es euch an in dem Livestream. Das, das schmeckte ganz ehrlich wie, wie Captain Morgan, aber mit einer ganz billigen Aldi-Cola. So von früher noch. Das war nicht geil. Absolut nicht. Fühle ich. Fühle ich. Meins wäre es auch nicht gewesen, glaube ich, so oder so nicht. Ne, also da hätte ich ganz gerne lieber ein Artillerier-Artiller-Artiller-Artiller-Oh Gott, ich hab, ey, dieses Wort, ne, ein Schnappes da. So, den hätte ich ganz gerne, glaube ich, auch irgendwie dann besser runtergekriegt als dann, als dann das so. Ich hab dann irgendwann meine, meine Dreivierteldose hab ich dann irgendwann Schlumpi gegeben. Und Christian sagte heute noch in der neuen Ausgabe von Radio Hobbybruch, die jetzt rausgekommen ist, ich glaube Folge 12 war das, der ganz schön angeheitert war, nachdem er meine Dose dann auch dementsprechend noch weggehext hatte. Also von daher alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Das war spaßig. Ja. Genoids, was hast du denn eingekauft während der Messe? Ich war ja etwas auf dem falschen Fuß erwischt davon, dass PK Pro leider nicht da war. Mein ganzer Plan war eigentlich 200 Euro bei PK Pro für Farben und Pinsel zu lassen. Das ist dann komplett flach gefallen. Dann habe ich da kein Geld ausgegeben. Und dann habe ich irgendwie zwei Bushido-Figuren gekauft und eine Safe & Sound Transportbox und die geilen Krautschützer. Oh, super. Jeder in unserem Club hat gesagt, ja, kauf Krautschützer. Ich habe Krautschützer gekauft. Kaufst du auch Krautschützer? Und dann haben wir alle Krautschützer gekauft. Das hat etwas eskaliert. Ihr habt euch gegenseitig angefixt, quasi. Wir sind ja eh so ein Haufen von Schmetterlingen. Und wenn einer sagt, hier, ich, das finde ich geil. Das solltest du auch geil finden. Ja, ich weiß nicht. Wir sind da etwas schwach, leider. Ja, der war wirklich ruckzuck alle. Also ich weiß noch von wegen, so dass ich dann irgendwann mit Sebo da gestanden habe. und wir kamen gerade vom Einkaufen und wir kamen gerade vom Einkaufen, Phil. Weißt du das noch? Und dann sagt er selber, oh, hier, den Krautfixer, den muss ich mir auch noch kaufen und so weiter. Dann habe ich gesagt, so, hier, komm, du kommst hier sowieso nicht weg von deinen ganzen Demos. Nimm meine Flasche. Ich gehe jetzt noch mal eben los rüber zu Tobi und hole mir dann noch mal eine neue. Ist überhaupt kein Problem. Und dann habe ich dann eben schnell mir noch eine Flasche geholt. Und ich kann wirklich sagen, das Zeug ist wirklich Bombe. Also das, ich habe jetzt meine Bases gemacht, da kommen wir nachher noch mal drauf. Meine Schatzmarker und Geister für Frostgrave. Und ich habe das dann mit Krautcover, Phil, jetzt hilf mir mal wieder, wie sprechen wir das aus? Kopius? Kopius Earth. So heißt das. Kopius Earth. Das, was Phil sagt. Und da habe ich dann dieses Zeug dann drauf getröpfelt und natürlich wurde das erst mal dunkel, aber wenn das weggetrocknet ist, dann verändert das nur ganz, 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 ganz leicht seine, seine Farbe. Und da war ich wirklich, wirklich erstaunt, wie gut das Zeug da auf diesen, auf diesen Bases damit hält. Das ist der absolute Knüller. Aber Phil, die haben ja noch was anderes gemacht für uns. Genau, genau. Also, ähm, ja, mit uns, für uns, ähm, das könnte vielleicht, äh, noch viel, viel besser als ich der liebe Hauke erzählen, weil er da ja auch, sag ich mal, ein B, ein Löwen, ein Bärenanteil, ein Löwenanteil, ihr wisst schon, was ich meine, äh, an der Erstellung der Sets hatte. Äh, Hauke, erzähl doch einfach mal, was, um, wovon wir hier gerade eventuell sprechen könnten. Okay, nun hoffe ich, dass ich mich da nicht in die Nesseln setze. Ich erzähle, ich erzähle einfach mal die Wahrheit und ich fange am Anfang an. Ähm, Tobi, Tobi von Crowdcover hatte mich angerufen und, äh, hatte mir damals seine, damals mehr oder minder halt, äh, noch nicht publique Geschäftsidee erzählt, dass er halt um Basing Sets für, äh, The Old World machen möchte. Sprich, ein Set, in dem halt, ähm, die Bases drin sind, die du jetzt brauchst. Also, du kannst dir halt aussuchen, ob du eins mit 25 mm Quadrat nimmst, 30 mm Quadrat oder ich glaube, 30 mal 60 Kavallerie und nicht nur die Bases sind drin, sondern halt auch, äh, das entsprechende, äh, Crowdcover, ähm, Gedöns Zeugs, äh, Basing Material deiner Wahl. Also, äh, ich hab zum Beispiel, ähm, die Frühlingswiese, mir fällt jetzt der, der Name dazu nicht ein. Irgendwas mit Meadows ist das, glaube ich halt. Meadows of Purity. Meadows of Purity. Genau. Genau. Und dazu sind halt auch noch, ähm, Magnete drin. Und, äh, bei der Zusammenstellung und der nötigen Bases und so hatte ich, hatte ich Tobi so ein bisschen mit, mit beraten. Und, äh, dann hat er die jetzt, diese, diese umbasing Sets hat er jetzt rausgebracht. Ich weiß noch gar nicht, ob das mit PKPro zusammen ist oder ob das nur Crowdcover ist. Jedenfalls, bei Tobi ist das irgendwie halt. Und, äh, läuft halt auch unter Crowdcover. Und, ähm, da haben wir halt eine Dice-In-Out-Edition. Das heißt, äh, wenn man sich diese, diese, äh, umbasing Sets kauft, dann ist da halt unser Logo drauf und QR-Code, der dann zu unserer Internetseite führt. Äh, so als, als Dank denn für, für Rat und Tat. Und, das Gleiche gibt's auch für den Adeptus-Stammtisch und für Mago Botato. Und ich muss sagen, ich find das, ich find das ziemlich gut, weil das, ähm, das, das Base-Material genau für die Bases reicht, die halt da drin sind. Und, äh, es ist halt ein akzeptabler Preis und nicht, ich mein, wenn man bei Games Workshop die neuen 30-Millimeter-Bases kauft, ne, da kriegst du 100 Stück für 40 Euro. 40 Euro für Bases ist natürlich ne harte Ansage, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es sind auch 100 Stück, ne, also so richtig schlecht ist der Games Workshop-Preis eigentlich auch nicht, äh, aber, um 100 Bases zu brauchen, du musst auch einige Figuren haben halt, ne, und, äh, von daher finde ich die Idee, die Tobi da hatte mit seinem Umwelten-Set eigentlich noch geschickter, weil du alles in einer Hand hast und zack, 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 alles magnetisiert und fertig, ne. Insbesondere, wenn du dich doch Crowd-Tech oder Crowd-Cover dazu besorgst halt, aber das könnte ja sowieso jeder, jeder moderne Hobby ist zu Hause haben. Ja, man muss dazu sagen, wir kriegen da kein Geld für, ne, also das ist ne, ein reiner Freundschaftsdienst gewesen, ähm, weil Hauke sich da dementsprechend engagiert hat, ne, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da irgendwie Taler für kriegen oder irgendwie sowas. Nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Genau, innerhalb der Hobby-Community, der eine hilft dem anderen und man ist sich Freund und, äh, einfach ein Zeichen dessen, dass, dass wir hier alle zusammenarbeiten halt, ne, auch wenn das für den einen halt mit, mit einem Handelsunternehmen verbunden ist und für uns halt als Hobby-Projekt, aber das ändert nichts daran, dass wir in einer kleinen Hobby-Welt leben, mit der wir uns alle gerne unterstützen können. Naja, da hast du wohl nicht Unrecht. Da hast du wohl nicht Unrecht. Aber ansonsten, schaut das euch einfach mal an. Also, wenn euch das interessiert, ähm, was ich bei PK-Pro oder bei Crowdcover, da findet ihr weitere Informationen. Jetzt nicht unbedingt da, wo unser Logo dann auch dementsprechend mit drauf ist, aber, ähm, die Sachen an sich, die werdet ihr dort mit Sicherheit finden. Ansonsten schreibt den lieben Felix von PK-Pro einfach an, da werdet ihr mit Sicherheit geholfen. Ganz einfache Geschichte. Philipp, was hast du da eigentlich? 40 Euro für 100 Bases ist schon schweineteuer. Absolut gesehen ist das natürlich viel Geld, aber wenn du normalerweise, ich sag mal, vom Drittanbieter, ähm, 10 Bases kaufst, dann bist du auch mit 2 bis 3 Euro dabei. Aber wenn du 100 kaufst, bei diesem einen Versandhändler zahlt es so 15 oder so. Also ich hab so eine 3D-gedruckte Vampirarmee auf Bases gestellt, da hab ich 100, 200 Bases für 30 Euro gekauft. Ja, okay, dann hab ich da nicht so den, den Marktüberblick. Also ich, ich hab mich in mein Schicksal ergeben einfach mit den 40 Euro der Wahl. Natürlich, natürlich. Ist manchmal einfach so, ja. Oder ist das vielleicht einfach so ne Geschichte von wegen so, dass man sagt, äh, es ist für Games-Workshop-Verhältnisse ist es günstig? Wenn ich, wenn ich nur überlege, dass da, ich glaub, ich glaub, ein Streit, ein Streitwagen-Base, kann auch sein, dass es drei Streitwagen-Bases sind, die dann 6 Euro kosten, das ist auch krass halt. äh, es ist nicht günstig halt, aber es ist ja auch nichts Neues, was soll's. Also es ist auch, auch, es ist müßig, sich darüber aufzuregen. Es gibt jedenfalls ein gutes Unbasic-Set von Crowdcover halt. So, Bums, Ende, wollte ich grad sagen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und, ähm, ich glaube, ich weiß schon, was du mich gerade fragen wolltest, Piwi, und zwar, äh, was ich denn so gelootet habe. Oh ja. Ja, jetzt kommt das. Kann das sein? Kann das sein? Ich wollte dich wirklich gerade fragen, ja. Ja, ja, das hab ich, ich hab's schon, äh, quasi in den ersten Worten deiner Frage hab ich's schon irgendwie vermutet. Ähm, ja, also ich hab auch kräftig gelootet, auf jeden Fall. Also direkt am Freitag schon war da so ein Stand, ähm, ich weiß gar nicht, wer das genau ist. Auf jeden Fall hatte der so ein paar alte, äh, Warhammer-Boxen da liegen. Also, ähm, die, die wirklich alte, alte Welt sozusagen. Könnte man so, könnte man so sagen. Da hab ich eine, ähm, eine Box Kossas von den Kiesleviten mitgenommen, weil die, die haben sich irgendwie perfekt angeboten, die für Frostgrave zu benutzen, weil die ja auch alle so Fälle und sowas alles anhaben. Also das, äh, hat sich irgendwie so angeboten. Dann hab ich, ähm, ähm, ja gut, weil ja halt PKPro nicht da war, hab ich dann halt bei Miniaturikum, äh, quasi, ähm, ähm, mein Geld gelassen, sozusagen. Da hab ich mir noch so Muddy Ground von AK mitgenommen, äh, dann noch den, den Primer, den schwarzen, den hab ich auch schon benutzt. Ich muss sagen, mega. Also, äh, ich hatte bei Metallminis immer das Problem, dass der Primer von, ähm, Vallejo Abrieb, äh, erzeugt hat, sozusagen. dass dann da metallische Stellen durchschimmerten, schon alleine vom, vom Angucken. Äh, das ist jetzt bei dem AK Primer irgendwie nicht so. Äh, dann hab ich mir da noch so ein paar von den, ähm, von diesen Wargame Pigments, Animal Pigments mitgenommen, die ich jetzt so für, quasi als Oil, als Convenience Oil Wash Ersatz benutze. Hab jetzt aber erfahren, es gibt ja auch noch von AK die Wargame Washes, was wirkliche, ähm, Oil Washes sind, direkt aus der Flasche. Da werd ich mich dann auch noch mal umhören. Dann hab ich mir noch, ähm, das Russian Unit von Silver Bayonet mitgenommen, auch, äh, um die Minis quasi für meine Frostgrave Bande zu benutzen. Äh, fand ich jetzt auch irgendwie passend auf jeden Fall. Ähm, ja, dann hab ich noch ein paar, ähm, Boxen, ähm, so Pulp-Figuren quasi von Miniaturikum mitgenommen. Äh, einmal Skateboarders with Guns. Die waren gut, ey. Fand ich irgendwie ganz witzig irgendwie. Dann noch so Scavenger-Leute irgendwie. Einmal Scavenger Heroes und Scavenger Tankbuster. Die haben, das sind dann einfach so, ja, so Leute mit, mit Halstüchern, die dann, äh, irgendwie einen Granatwerfer oder einen, äh, Raketenwerfer irgendwie auf der Schulter, äh, äh, tragen. Fand ich auch irgendwie ganz witzig. Und natürlich hab ich mir auch Krautfixer mitgenommen. Und nicht nur das, sondern auch das mega geile A Tale of Grimdark, äh, Krautcover Signature Set. Äh, das ist ja wohl mal das beste Basing-Material, das es jemals gab auf diesem, äh, in dieser Hobby-Welt. Also, äh, gerade für mich der ja, also ich, ich mag ja dieses Grimdarkige super gerne. Und einfach Basing-Material aus dem, äh, Inconvenient mit Knochen drin. Wie geil ist das denn? Das musste ich einfach mitnehmen. Äh, da, da, da führte gar kein Weg dran vorbei. Das war sozusagen gleich, äh, am Samstag die erste Akquisition, die ich da hatte. Und was ich ganz, ganz besonders toll fand, ich hab von dem lieben, äh, Hydra, Simon, eine, äh, von ihm selbst geskyptete und dann hinterher, ähm, im Gussresin gegossene Skulptur bekommen. So eine Cthulhu-Skulptur irgendwie. Ähm, das würde ich auch nochmal als besonderen Loot sozusagen, ähm, miterwähnt haben wollen. Weil, also, danke nochmal, lieber, lieber Simon. Also, mega cool. Hat mich riesig gefreut. Und, äh, ja, dann halt noch so ein paar Shirts. Also ein Shirt von den Bin-Boys, ein Maga-Potato-Shirt hab ich noch mitgenommen. Das gehört für mich auch immer dazu. Früher hab ich Band-Shirts gesammelt. Jetzt sammle ich, äh, Hobby-Shirts quasi. Das ist so, war jetzt so ein fließender Übergang. Und, ähm, genau. Und dann hab ich noch so ein bisschen was von dem, äh, Modular-Dungeon, äh, von dem, vom, vom TWS mitgenommen. Der hatte ja so einen Abverkauf. Und zu guter Letzt, ähm, von Miniaturikum die magnetisierbaren Gaming-Boards. Allerdings nicht diese Modular-Variante, nicht diese kleinen, sondern die 12x12-Zoll, äh, Dinger. Äh, 16 Stück sind das insgesamt. Davon hab ich auch schon ein paar gebaut. Und auch schon, ähm, das erste Board angefangen, ähm, ja, mit Moltofill, äh, so, äh, in der, in der besten TWS-Methodik, ja, zu, zu, äh, gestalten. Und, ähm, hab da noch, hatte da noch so ein altes, ähm, ähm, MDF-Kit von, ähm, von den Frostgrave-Sachen hier, wie heißt es? Von Kromlech, genau. Ach so. Da hab ich noch so ein, äh, die Town Ruins noch da. Und da, davon hab ich dann was benutzt, um da mal so das erste, ähm, erste Board quasi, äh, zu gestalten. Und will da, will da noch, noch drei weitere Boards gestalten, dass, äh, ich auch mal so eine modulare Frostgrave-Platte, um mal das ein oder andere Spiel darauf machen zu können, mal hier habe, sag ich mal. Fand ich irgendwie ganz nice. Und, ähm, jetzt, wie ist das bei dir, Piwi? Was hast du so, äh, gelootet auf der Taktika? Hehe. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich, ich drehe mich mal so ein bisschen um. Ähm, ich bin bei Miniaturikum einfach hängen geblieben und habe mir Dinge geholt für Frostgrave. Also, ich hab mir, ähm, Dämonen geholt, ich hab mir Ritter geholt, ich habe Soldaten noch mal geholt gehabt, ich hab mir in, die haben ja so, so, so Rollwagen haben die ja mitgehabt, wo die ganzen Figuren auch drin waren, so aus, aus Zins zum Beispiel. Wo man dann einfach dann so, wie bei Aldi an der Grabbelkiste, einfach mal so durchgehen konnte, was hatte da denn so alles mit dabei? Und da hatte ich, ähm, nach Geistern Ausschau gehalten. Weil, ähm, so unser erstes Spielfil, was, was wir dann spielen werden, ähm, das hat was mit Geistern zu tun. Und ich suchte genau für dieses Szenario, suchte ich ein paar Geistern. Hab dann einfach, ähm, alte Magier gefunden, ähm, die so, so eine Art, ähm, ähm, ja, Geist sind, weil, also die, die, die faden unten so mit so Rauch quasi auseinander und haben oben so einen ganz normalen Oberkörper. Und die hab ich da gefunden. Und da hab ich gesagt, von wem, die nimmst du jetzt auch mit. Ähm, bin bei Neverrealm Industries bin ich gelandet, weil ich, ähm, Acrylmarker suchte. Damit man bei Frostgrave so ein paar Sachen, ähm, dann auch anzeigen kann, wer jetzt wie zum Beispiel wen aktiviert hat. Und dann bin ich zuletzt hängen geblieben bei Äh, TWS Michael. Und habe mir, ähm, Schatzkisten aus seinem kleinen Fundus daraus gesucht, die er in Stevalinie abgegossen hatte. Und, ähm, ja. Und dann bin ich mit meinem kleinen Säckchen, bin ich, äh, fröhlich, lockerflockig, ähm, glücklich von der Taktika gekommen. Und, äh, ja, war alles gut. Also, Farben brauchte ich diesmal nicht, hab ich genug von. Das war so mein, mein Go-To, was ich mir so, äh, geleistet habe. Also, ich bin da nicht so eskaliert wie ihr an dem Abend, bevor die Besucher da schon reingekommen sind, um da irgendwelche Sachen von anderen schon wegzukaufen. Das war aber auch einfach Zufall. Das war Zufall. Also, das war wirklich Zufall, dass er die Sachen da wirklich schon irgendwie stehen hatte. Und, ähm, ähm, dann wechselte ein Wort das andere und dann wechselte ein Geldschein gegen eine Box und dann war, ähm, und dann war es um euch geschehen. Also, von daher. Ich muss nochmal ganz kurz rein, weil ich noch eine Sache vergessen habe. Ähm, ein besonderes Dankeschön wollte ich nochmal an den lieben Alex Nerdic Painter aussprechen. Der hat mir nämlich, ähm, eine ganze Horde fliegender Echsen gedruckt und mitgebracht und auch noch, ähm, so, äh, Raumschiffe. Und da wollte ich mich nun mal ganz besonders bedanken. Dankeschön, lieber Alex. Das ist wirklich mega, mega cool gewesen. Und, ähm, ich hab ihm dann, ähm, noch so ein paar, ähm, so Ruritas-Kampanzüge mitgebracht. Aber, ähm, das hatte ich noch vergessen. Also, das gehört natürlich auch mit zum Loot. Und, ähm, somit übergebe ich den Kelch an den lieben Hauke. Okay. Ähm, das ist ja durchaus, durchaus unterschiedlich, mit welcher Vorstellung, Erwartungshaltung und welchem Plan so der einzelne Hobby ist zur Taktik. ne, und, ähm, für mich war eigentlich zentral, dass ich mir gerne Sachen angeguckt hätte, die ich mir normalerweise nicht angucken kann. Also, das ganz zentrales Thema war für mich zum Beispiel, ich hätte mir gerne bei Deep Cut Studios sehr viele Matten gerne angeguckt, um einfach mal vor Ort direkt zu sehen, wie ist das Druckbild dieser Matten. Die, die, die Fotos im Netz sind nicht schlecht, aber, ähm, ich hätte es trotzdem gerne, gerne vor Ort gesehen. Und ich war dann eigentlich ziemlich enttäuscht, dass sie nur eine begrenzte Anzahl, ich glaube, von 16 Matten mit hatten. Ähm, und das bedeutete für mich, dass ich dann halt von den fünf oder sechs Matten, die ich eigentlich hätte kaufen wollen, wenn die verfügbar gewesen wäre, was natürlich ein riesenstarches Geld gewesen wäre, aber dann wäre ich damit auch gesettelt, für ein für alle Mal, dann tatsächlich nur eine Matte gekauft habe, weil es die einfach nur vor Ort gab halt. Und, ähm, was ich sonst noch gekauft habe, ist halt so ein Kleinkram gewesen, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, zum Beispiel, also das finde ich ist auch das Wichtige an, 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 an so einer Veranstaltung, ne, dass man, dass man einfach dazu lernt. Ähm, es ist nicht ein anderer Laden, finde ich, sondern es ist die Möglichkeit, mehr zu sehen, als es sonst normalerweise möglich, oder normalerweise möglich ist. Und bei, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die Jungs heißen, ähm, ich glaube, das sind, das sind die, die immer mit den Kampfsternen und den Zylonschiffen da aufkreuzen. Ach hier, äh, Full Thrust. Full Thrust, ja. Genau, ne? Da auch der, der, der eine Stefan, der immer bei allen Roadtools, bei, bei Dice Tennis dabei ist, der war halt auch da, mit dem ich auch lange unterhalten. Und die Jungs, die hatten halt, äh, Planeten aus, Mauspad-Material. Das war großartig. Da hab ich mir dann, äh, das Set Erde und Mond gekauft. Das ist ungefähr so groß, wie so ein, wie so ein kleiner Teller, ne? Also lass das mal so 20 Zentimeter Durchmesser sein. Erde und dann dazu den Mond, etwa dementsprechend kleiner. Äh, und ich meine, das ist dann noch Venus und Uranus, die ich mir auch gekauft hab. Und das ist natürlich großartig für Weltraumspiele halt, dass du da nicht, warum Florida Gothic diese komischen Pappdinger nehmen musst, sondern halt auch mal tatsächlich andere Planeten dazu aufbauen kannst. Ähm, war cool. Und das ganze Zeug hat, glaube ich, 17 Euro gekostet. Das ist also großartig halt. Ach, das ist ja nix. Sonst hab ich natürlich auch solche Sachen mitgenommen, wie, wie, wie Crowdfixer. Das, man, man durfte ja, das war ja gesetzlich vorgeschrieben, dass man eine Bulle Crowdfixer kauft. Sonst durfte man ja nicht abreißen halt. Und, äh, und, äh, Al Muktas Wüstenhunde. Das, da dachte ich auch, also das war, der Händler, der das hatte, das war, äh, Kai Fuhrmann, ähm, Miniaturen. Und, äh, der, der hat ein wildes, wildes, äh, Sortiment an 1 zu 72 Figuren und ganz, ganz viele Bücher. Und aus irgendeinem Grund lagen da diese Dogs of War, Warhammer, äh, Boxen auf einmal rum. Und er brach natürlich Goldstimmer, Goldgräberstimmung bei uns aus. Also, ich, ich hab mir dann eine Box gekauft mit einem Muktas Wüstenhunden. Auch ich, äh, ein Regiment, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das jemals wieder haben, dort noch hätte haben, oder irgendwie besitzen würde halt, Und da hab ich dann insgesamt für 5 Figuren, glaub ich, 60 Euro ausgegeben. Das ist, das ist nicht günstig, aber das ist durchaus im Rahmen des Normalen. Es ist auf jeden Fall ein fairer Preis gewesen, ganz klar. Und, äh, Daniel von den Magapotados, äh, ich glaub, der hat gefühlt alles, alles mitgenommen, was sich wie nur nagelfest war. halt so. Der war glücklich. Oh Gott, war der glücklich. Ich erinnere mich auch noch, dass der, dass der Michael, äh, mit dem wir da an dem Stand standen, auch dann zu dem Kollegen meinte so, ey, du musst vor jedem Preis noch eine Eins davor schreiben. Ja. Also der, der hatte, der hatte auch, äh, kislevitische, schwere Kavallerie. Und die hat dann aber auch tatsächlich, äh, 120 Euro gekostet, die Box. Also der, der wusste schon, was er tut. Äh, und ich hab gerade mal hier im Internet geguckt. Diese Box ist tatsächlich auch weiterhin dort auf der Internetseite verfügbar. Die kann man kaufen, wenn man möchte. Aber das war für mich ein Preis, der nicht, also nicht wirklich zur Debatte stand. Aber Almukdas Wüstenhunde fand ich einfach cool, weil, ähm, bin ich noch nicht ganz sicher, was ich damit mach. Entweder integriere ich die in meine thallanische imperiale Garde oder ich nehm sie als, als, äh, Söldner für Breton. Halt, äh, mal gucken halt. Einfach nur großartig gewesen. Dann hab ich noch, ähm, von, von einem der Michael, das ist ja das zweite, was ich gelernt hab. Also die, die erste Lehre war halt, ohne Crowdtag, äh, Crowdfixer darfst du nicht weg. Und das andere war, alle heißen Michael. Ja, stimmt. Also wirklich alle hießen Michael halt. Wahrscheinlich heißt Gnortz eigentlich auch Michael. Ja, genau. Mit zweiten Namen, genau. Genau, jedenfalls, da hab ich den Michael Berz kennengelernt. Ähm, das ist der Autor von Koalitionskrieg. Und mit dem hab ich mich lange unterhalten und, äh, hab dann auch dieses, äh, Napo-Regelwerk gekauft. Weil ich, ich interessiere mich schon latent, seit, seit 20 Jahren für napoleonische Kriege. Äh, äh, aber bisher stand das noch nicht wirklich, wirklich zur Debatte. Und ich muss mal gucken, jetzt, ähm, fang ich mal so ganz langsam an, mal die Regeln zu lesen, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Und, äh, das, was ich halt sagte, einfach mal den Horizont zu erweitern. Und das war halt auch cool. Und was auch noch großartig war, äh, von Hydra hab ich auch eine seiner Cthulhu-Figuren bekommen. Ganz, ganz auch nochmal herzlichen Dank, Simon. Und aber auch, äh, ein Hauf von Nerdigkeit. Äh, einer, einer unserer Hörer, äh, aus dem Mecklenburgischen, hat, äh, mir dann tatsächlich für Legion, halt, äh, zwei gedrucktes Basebring-Flieger mitgebracht. Und noch ein, äh, großes Kommandofahrzeug für die Legion. Also auch das, sowas macht einen dann einfach sprachlos, ne? Wenn da einfach Leute vorbeikommen und sagen, ey, pass mal auf, das, äh, ihr, ihr verbreitet gute Laune und als, 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 als Dankeschön möchte ich euch einfach mal was mitgeben und so. Das ist, also, das Herz erwärmt einfach. Mhm. Ich weiß das noch, wie Philipp und ich da oben dann standen, äh, Genotz, er hatte gerade noch irgendwie eine weitere Demo am Laufen. Und dann kam ein, 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 ein Hörer von uns aus, äh, Phil, war das Dresden? Ich glaube, Dresden war das, ne? Ich hab den Namen leider nicht mehr. Ähm, ähm, Namen bin ich ganz schlecht. Ja, also ich hab, ich hab mit so vielen Leuten gesprochen, ich hab mit den Namen ehrlich gesagt alle nicht merken können, das tut mir echt leid, aber, ähm, was ich mir merken konnte war, ich meine, er kam aus Dresden, aus Dresden, ähm, der kam dann zu uns und, und bedankte sich dann wirklich für die, für den Podcast, den wir dann halt machen. Und, ähm, ähm, äh, er wollte nur noch ein Selfie haben und so weiter und so fort. Äh, da, ganz ehrlich, ey, da wurde mir, äh, da wurde mir echt grad ein bisschen anders. Also nicht wegen, wegen, weil wir jetzt ein Selfie machen oder sowas, sondern so viel Dankbarkeit, so viel Nettigkeit, von, von den Leuten, die unseren Podcast da draußen hören, dann einfach mal zu, zu spüren und wiederzubekommen. Äh, das, das, das war abgefahren. Also, äh, steht man da und hat, äh, macht, macht mit Leuten ein Selfie. Also, äh, ne, danke. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was man noch sagen soll, als, als einfach nur danke. Da ist schon wieder ein Kloß im Hals. Das würde ich so unterschreiben. Genau, jetzt machen wir weiter. Ihr macht hier aber auch ein wunderbares Ding, ne? Also, als jemand, der euch auch über den Podcast erst kennengelernt hat, also, ich hab euer Podcast ja auch erst gehört, bevor ich euch persönlich kennengelernt hab, ähm, und wenn man dann irgendwie plötzlich die Gesichter zu den, zu den Stimmen sieht, das ist schon, ähm, also, das macht schon auch was mit allem. Ähm, also, und das ist ja auch echt was, was Schönes, was ihr hier abliefert. So, das, äh, da ist es dann ja auch nur natürlich, dass die Leute euch das auch mal mitteilen wollen, wie cool das ist, was ihr hier tut. Ja, aber weißt du, da sitzen einfach so drei, drei so Nerds, ne? Die sitzen einfach bei sich zu Hause am, am Schreibtisch und, und tun Dinge. Die, die quatschen einfach, so ein paar Gedanken ins Mikrofon rein, ne? Und überlegen sich von wegen, worüber quatschen wir das nächste Mal so? Und, ähm, dass dann Leute wirklich so, dann während der Taktika auf einen zukommen und, ähm, sich für, für dieses, für dieses Quatschen, für dieses Horizont erweitern, einfach dann bedanken und so. Ähm, das ist krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auf der Taktika mehr Dankesworte gekriegt für unseren Podcast, als, äh, mal ein Danke auf der Arbeit im gesamten letzten Jahr. Das ist krass. Ja, auf der Arbeit. Ne? Also, das darf man, das darf man echt nicht vergessen, ey. Also, von daher, ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Also, an meiner Seite, das war, ähm, ganz ehrlich, das war, das für mich ein, ein, ein wirkliches, totales Highlight war das. Ja, ähm, Wollen wir eben Thema hier weitergeben, weil ansonsten werde ich gleich noch weiter emotional hier, das, äh, das, 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 das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ich kann da tatsächlich ganz gut überleiten, ähm, wir hatten ja auch kurz vor der Taktika, ähm, eine kleine Aktion, äh, die jetzt mittlerweile ganz groß wird gestartet, ähm, und zwar Minis gehören daneben. Und da haben wir auch unfassbar tolles und großartiges Feedback von den Leuten bekommen. Also, die waren alle ganz interessiert und erstattet, die waren alle ganz interessiert. der, ähm, liebe Grabowski von den Binboys, der hatte dann noch, ähm, hatte dann sogar noch, ähm, einen Ausdruck, äh, ausgehängt mit einem QR-Code drauf und so. Das war ja was, was bei mir vollkommen unterm Radar läuft, also QR-Codes. Ich dachte, das ist irgendwie tot, aber das scheint ja wirklich ein Ding zu sein, was die Leute echt nutzen. Und ich hab dann wirklich auch Leute, äh, dabei, äh, beobachten können, die dann wirklich diesen QR-Code auch sozusagen abfotografiert, haben oder eingescannt haben, könnte man ja fast sagen, äh, um sich über die Aktion zu, zu informieren. Und, ähm, ähm, ja, also wir hatten da ja schon mal, ähm, beziehungsweise Hauke hatte ja in der, ähm, Jahresabschlussfolge dazu schon mal so ein paar Gedanken in den Raum geschmissen. Und jetzt haben wir es mittlerweile in die Tat umgesetzt, ähm, 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 ja, Minis gehören daneben. Da könnt ihr euch auch auf minisgehörndaneben.de nochmal zu, äh, genauer informieren. Und zwar geht es dabei darum, äh, so ein bisschen, ähm, Awareness zu schaffen. Einerseits dafür, dass man mit alten Minis doch noch irgendwas anfangen kann. Also die müssen nicht unbedingt in den, in den Müll oder, oder sonst wie, äh, äh, im, äh, auf dem Dachboden versauern, sondern da gibt es noch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man andere Menschen mit diesen Miniaturen noch glücklich machen kann, äh, mit denen man vielleicht selber gar nicht unbedingt gerechnet hat. Und, ähm, also, ähm, im Endeffekt ist es halt so, dass wir da auch schon, sogar schon direkt auf der Taktika, die ersten Spenden wieder, ähm, bekommen haben. Also das Ganze hat damit angefangen, dass der liebe, ähm, Midgard 3D-Managers ein Paket mit Gelände ans Tabletop-Hebewerk geschickt hat. Das war so das Erste, was direkt nach dem, nach dem, nachdem wir mit der Aktion live gegangen sind, passiert ist. Also ich glaube sogar noch am selben Tag irgendwie, hatte er sich dazu gemeldet und meinte so, hey, ich hab hier noch so, der bietet halt so einen 3D-Druckservice an und hatte noch so, ähm, Testdrucke und Fehldrucke, die aber eigentlich zu schade zum Wegwerfen waren und hat die direkt, äh, zu denen geschickt. Also total geile Aktion. Und, ähm, dann, ähm, hatten wir ja schon mit den, mit den Jungs von Phantasmus Tabletop am Freitag zu Abend gegessen und am Samstag meinten die zu mir so, äh, oder besser gesagt zu uns, ey, äh, wir haben da noch was im Auto, können wir das mal umladen? Für Minis gehören daneben. Und dann denkt man sich erstmal so, ja, da werden so ein paar alte Minis da, werden die dir übergeben und, äh, dann ist gut, ne? Aber nein, die Jungs mussten aufs Ganze gehen und völlig übertreiben und haben mir einfach eine Masters of the Universe Battlegrounds inklusive Wave 1 Box in die Hand gedrückt, äh, eine Soulblight Gravelord Start Collecting Box, eine Warhammer Underworlds Box und noch so napoleonische Figuren inklusive Regelwerk und dann waren da noch einige, äh, Dust, äh, 47 Miniaturen dabei. Also eine riesen Spende, einfach mal so, mit einem riesigen Wert und, ähm, diese, äh, die Masters of the Universe Battlegrounds Box, die hat auch schon einen Empfänger gefunden und zwar, ähm, hat der liebe Ghostie Painting eine Aktion gestartet, also da war letzte Woche ein Spendenstream, wo er sozusagen so eine Art Startgeld für seine Aktion gesammelt hat, der hat jetzt auch, ähm, seinen, also in Deutschland, wenn man gemeinnützig tätig werden will, das kann man ja nicht einfach so, sondern dann braucht man erstmal einen, äh, Ehrenamtsschein, habe ich jetzt gelernt. Oh Gott. War mir auch nicht so ganz bewusst, äh, hat jetzt auch seine offizielle Ehrenamtsgenehmigung sozusagen bekommen und er möchte, oder er wird jetzt in Jugendzentren in seiner näheren Umgebung, ähm, ja, Bemalkurse anbieten für Jugendliche, um die ans Hobby ranzuführen, dass die mal, äh, auf andere Gedanken kommen und mal ein neues Hobby, äh, erlernen. Da wird auf jeden Fall diese Box, äh, demnächst noch in die Post übergeben. Äh, dann hat mir, ähm, am Ende des Events der gute Michael Martin von Tabletop Workshop einfach mal seine kompletten Reste von Modular Dungeon, die noch übrig waren, in die Hand gedrückt und sagte einfach nur ganz trocken, Modular Dungeon gehört daneben. Und ich stand da total sprachlos und hab das einfach ins Auto geladen und nicht weiter nachgefragt. Das waren paar Kilo, ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Die, die hab ich auch noch hier. Also da, äh, bin ich auch noch dabei, ähm, sozusagen zu eruieren, an wen ich das am besten weitervermitteln kann. Und, ähm, ja, äh, als wäre das nicht alles schon mega krass genug, ähm, hat er auch noch, ja, letzte Woche, ähm, ein Video zu der Aktion gemacht. Und, äh, kurz darauf bekamen wir auch schon direkt die erste Mail von dem lieben Manuel, der uns anbot, dass er ja noch einige Army Painter Farben übrig hätte, die er auch ganz gerne, ähm, abgeben würde. Und die haben wir dann an den Tabletop e.V. Lüneburg äh, weitervermittelt. Ähm, die werden auch jetzt im April eine Schüler-AG quasi starten, äh, One Page Rules Grimnark Future. Da werden die Kids dann quasi, ähm, ja, äh, so Armeen ausheben, äh, und bemalen und so weiter, ähm, und, ähm, die brauchen dann natürlich Farben und Pinsel und allem drum und dran. Äh, die, die starten auch noch eine andere Aktion mit etwas jüngeren Kindern. Da haben sie aber gesagt, da konzentrieren sie sich auf, ähm, Marvel irgendwas, irgendein Marvel-Spiel, weil das, äh, Marvel Crisis-Protokoll, genau, weil das halt, weil sie sich erhoffen, dass das eventuell so bei den Eltern ein bisschen besser ankommt, als jetzt irgendwelche, äh, irgendwelche, äh, Aliens und Space Marines und sowas halt alles, ne? Also so grimdarke Sachen, das kommt vielleicht bei den jüngeren Kids, bei den Eltern der jüngeren Kids nicht so gut an, äh, deswegen haben sie wohl da erstmal mit Marvel Crisis-Protokoll jetzt gestartet. Und, äh, jetzt war, ähm, am Samstag hier in Hannover, ähm, ähm, äh, ein Event von den hannoverschen Tabletop-Freunden, und zwar, wir wollen doch nur Spiel Nummer 5, äh, kurz dazu, äh, da ist auch schon, äh, wir wollen doch nur Spiel Nummer 6 angekündigt, und zwar am 15.3.2025, Save the Date, da könnt ihr alle nach Hannover kommen, äh, da wird die, wir wollen doch nur Spiel Nummer 6 stattfinden, und die haben einfach mal auf eigene Faust entschieden, wir stellen einfach mal eine Spendenkiste auf. So, äh, haben da quasi, äh, unsere Aufkleber draufgepackt und gesagt, hier, Leute, ihr könnt spenden, und, äh, als wäre das nicht schon genug, haben sie auch noch gesagt, okay, wir werden diese Kiste hinterher wiegen, und wir rufen alle anderen Cons, die noch so da draußen sind und Bock haben mitzumachen, rufen wir auf, auch eine Kiste hinzustellen, und wer am Ende die meisten Kilos zusammenbekommt, der hat gewonnen, also, ne, es ist jetzt nicht, da geht's dann einfach nur um die Ehre, und tatsächlich sind bei dem, bei den Hannoverischen Tabletop-Freunden sage und schreibe sechs Kilogramm zustande gekommen, die habe ich dann auch gleich am Sonntag von dem lieben Olf Org abgeholt und auch schon vorsortiert und gesichtet, und jetzt wird der Tabletop e.V. Lüneburg noch mit ungefähr 60 Chaos-Space-Marines ähm, und einer ganzen, äh, Flottille, ähm, Eldar ausgestattet, also da waren halt irgendwelche alten Zinnläufer von den Eldar mit dabei und solche Banshees, äh, alle, alles mögliche, alle möglichen alten Zinn-Modelle, ich glaube bei den Chaos-Space-Marines war auch noch so ein, war auch noch so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall auch so ein altes Zinn-Modell, so ein, so ein, so ein Dämonenprinz mit dabei und sowas, also wirklich auch, äh, echte Schätze und, ähm, ja, da wird jetzt auch die nächsten Tage noch ein Paket an den, äh, Tabletop e.V. Lüneburg rausgehen, so und, äh, wenn ihr jetzt zum ersten Mal von dieser Aktion hört und entweder denkt, oh, ich hab da ja auch noch ganz viel oder, was auch noch ganz wichtig wäre, Mensch, ich mach ja auch irgendwie eine Aktion, irgendwas gemeinnütziges mit Kindern, wie auch immer, mit wem auch immer, ist auch völlig egal und ich könnte eigentlich auch echt ganz, ganz gut noch so die ein oder andere Spende gebrauchen, dann meldet euch gerne, äh, schreibt eine Mail an info at dysonauts.com äh, oder halt über Instagram oder über irgendeinen Social-Media-Kanal, auf dem ihr uns findet, meldet euch, dass wir euch quasi in die Spendenkartei mit aufnehmen können, weil ich sag mal so, das nächste Event, auf dem eine Spendenbox aufgestellt werden wird, ist die Red Lion Con, Grüße gehen raus an der Stelle, vielen Dank, dass ihr euch da auch beteiligt und, ähm, da werden sich, wird sicherlich auch das ein oder andere Kilo bei zusammenkommen und, ähm, deswegen können wir auch sehr gut noch den ein oder anderen Spendenabnehmer da, äh, gebrauchen, sag ich mal, also, meldet euch gerne und dann, äh, werden wir Dinge an euch vermitteln, also, wir werden dann mit euch in Kontakt treten und euch nicht einfach random irgendwelche Sachen zuschicken, sondern das läuft schon alles mit Absprache, also, ich hab natürlich auch hier beim Tabletop e.V. Lüneburg gefragt, hier, den Bilder geschickt, könnt ihr das gebrauchen, ne, also, ich werde euch jetzt nicht mit irgendwas random, äh, äh, irgendwie zuschütten mit irgendwelchen Sachen, äh, sondern das wird schon alles zielgerichtet stattfinden, genau. Was ich ja geil finde, ist, dass die Jungs von Wir-Wollen-Doch-Nur-Spielen, äh, da aus Hannover einfach gesagt hat, ähm, wir suchen mal, ähm, die Con aus, die die meisten Kilos dann auf die Waage bringt mit der Aktion, also, die haben gar nicht irgendwie damit gesagt, von wegen so, wie viel, wie viel Minis schafft ihr, wir haben jetzt 120, wie viel schafft ihr mehr, sondern die haben gleich gesagt, wir rechnen in Kilogramm. Oh, dass da wirklich so sechs Kilo bei rausgekommen sind, das ist der absolute, absolute Burner, also von daher, Ja, echt Wahnsinn. Also, was das alles, äh, jetzt für, Sachen nach sich gezogen hat, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, da hab ich nicht mit gerechnet. Also, ich, ich weiß nicht, wie, wie es Hauke damit geht, aber, ich hab mit der ganzen Geschichte nicht so gerechnet, dass das plötzlich so einen, so einen Drive aufnimmt. Das, das Ganze war ja im Prinzip so, so aus dem, aus dem Stand geboren, ne, und, äh, eigentliches Ziel war ja, erst mal, erst mal Achtsamkeit und Awareness zu schaffen, dass, das Problem aufzuzeigen, worum geht es, und, ähm, das hat sich ja jetzt eigentlich echt verselbstständigt, das ist ja jetzt gar nicht mehr irgendwie, dass es darum geht, jetzt Sachen vor dem Mülleimer zu retten, das ist natürlich auch großartig, dass Sachen nicht weggeschmissen werden, aber vor allem hat das Ganze ja noch viel, viel größere Züge, ne, also, wenn man, wenn man jetzt so sieht, was da teilweise gespendet wird, es ist ja völlig klar, dass eine nicht geöffnete, ähm, Speerspitzenbox für, für Age of Sigma, dass das kein Müll ist, das, äh, schmeißt ja eigentlich so auch keiner in Müll, das würde man ja tatsächlich verkaufen, aber dass man dann sagt, du, ich hab gar keinen Bock auf den Stress, lass mich alle in Ruhe, ich spende das einfach, das ist einfach, das ist einfach so großartig, das zeigt einfach, dass diese Community, äh, wenn sie denn sich bewegt, auch wunderbar funktioniert, oder dass, wie die Jungs hier bei, die wollen doch nur spielen, einfach auf die Idee kommt, eine Spendenbox aufzubauen, da hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, oder dass, dass Grabowski's QR-Code und so, das, das zeigt, viele Leute bringen sich ein, und das Ganze wird dadurch super, also echt wirklich richtig gut, und das, das Daimler teilweise absurde Züge an, ich stand dann bei der Taktika draußen, ähm, hab dort ordnungsgemäß am Samstag dann Bier getrunken, und guckte dann, guckte dann so zum Eingang, und links vom Eingang stand eine Bierkiste, und da dachte ich, Alter, wer klebt denn da unsere Minis, gehören daneben, aufklebt mal auf die Bierkiste, und dann guckte ich da aber genauer hin, und dann stand da halt, Pfand gehört daneben halt, ne, Also ganz, ganz, ganz groß. Okay, ihr Lieben, jetzt haben wir schon relativ lange über die Taktika gesprochen, und was wir alles gesehen haben, und so weiter, und so fort. Man sagt ja auch von wegen so, nach dem Event ist vor dem Event, und Gnorz, bei euch ist jetzt ja im Sommer mal wieder das zweite Sommerfest, was jetzt so kommt. Vielleicht erzählt es uns da ein bisschen was darüber, und ob wir die Platte, die ihr auf der Taktika mitteilt, dort auch bewundern können. Ich glaube, es ist das dritte Sommerfest, aber das zweite große, hoffe ich, also ich hoffe, dass es groß wird. Genau, wir haben ja letztes Jahr ein Sommerfest gemacht, bei dem ihr auch zu Gast wart, und über das ihr, glaube ich, auch berichtet habt, und das war ganz fantastisch, aber es hat bei dem einen oder anderen von unseren Jungs dazu geführt, dass sie gesagt haben, toll, wir wollen da jetzt noch mehr Energie reinstecken, und wir wollen da noch mehr Zeit für aufwenden, und wir wollen das noch besser machen, damit wir noch mehr Leute nicht nur im Hobby fürs Hobby begeistern, sondern vielleicht auch einfach noch mehr Leute in Bergedorf für das Hobby, also unserem Stadtteil in Hamburg, für das Hobby begeistern, und einfach ein Sommerfest gestalten, das quasi als Werbung fürs Hobby dient, das Hobby in all seinen Facetten zeigt, und möglichst viele Leute positiv stimmen und vielleicht den einen oder anderen neu ins Hobby zieht. Mhm. So. Und das können wir natürlich nicht alleine machen. Darum hat sich, also es hat sich innerhalb unseres Clubs eine Arbeitsgruppe gegründet, weil wir sind da sehr organisch und basisdemokratisch unterwegs. Und wenn jemand etwas machen möchte, dann soll er das machen. Wir sitzen dann einmal irgendwie alle zwei Monate zusammen und fangen die größten Ausreißer wieder ein. Aber insgesamt muss da nicht jeder immer bei einem mitreden. Wenn es nur ums Mitreden geht, ist es halt Quatsch. So, dann sollen die Leute, die was machen wollen, mitreden, sich austauschen und das zusammen entscheiden. Genau. Und das sind in dem Fall irgendwie vier Leute. Der Thorsten ist wie immer dabei und der Maik ist dabei und der Sebastian ist dabei. Und aus der Entschernung auch der Jerome, der musste leider arbeitsbedingt aus Hamburg wegziehen. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, sonst gibt es nächsten Mittwoch einen auf den Kopf für mich. Ja, aber hallo. Genau. Und die haben angefangen, Leute anzusprechen, ob die sich vielleicht einbringen wollen und Systeme vorstellen wollen. Und dann machen wir diesmal auf noch mehr Platz mit noch mehr Demotischen und noch mehr Eventcharakter und noch mehr Flohmarkt. Ein hoffentlich großartiges Sommerfest bei hoffentlich gutem Wetter mit hoffentlich lecker Würstchen vom Grill. Also ich freue mich da sehr, sehr drauf. Genau, ich wollte sagen und hoffentlich auch wieder mit euch. Ich glaube, Maik hat euch schon angesprochen, oder? Genau, wir sind fest eingeplant. Definitiv. Also das ist ein Event, das lasse ich mir auf jeden Fall diesen Sommer nicht entgegen, weil es war letztes Mal genauso heimelig. Könnt ihr nochmal nachgucken. Wir haben dann ein bisschen ja auch dann Reportage gemacht, quasi über Instagram und so weiter und so fort mit Bildern dabei. Und ich bin auf jeden Fall da. Ich glaube, die anderen auch. Ja, die guten Menschen, die das Café unbetrieben oder betreiben, haben das ja grundsaniert, weswegen das alles noch ein bisschen hübscher wird. Und ich freue mich da wirklich drauf. Also das wird, ich habe ja, also ich bin ja, die Tabletop-Freibung, da gibt es ja jetzt erst seit drei Jahren, glaube ich, aber den Club in diesem Jugendzentrum gibt es schon deutlich länger und ich bin auch schon deutlich länger dabei. Und dass das alles, dass dieser Club und dieses Jugendzentrum immer mehr und immer besser zusammenarbeiten, ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr glücklich macht. Vor allem, weil ich gar nicht die schreibende Kraft dahinter bin, sondern dass andere Leute im Club sind. Und das ist was sehr, sehr Schönes für mich persönlich auch. Einfach, weil ich selber früher sehr, sehr viel unten in dem Jugendzentrum aktiv bin und mich total freue, dass wir als Club was zurückgeben können. Zurückgeben. Habt ihr denn schon so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was es denn für Demos alles geben wird? Ich könnte jetzt sowas nur sagen wie, das ist alles top secret und das wäre total gelogen. Ich weiß es einfach nicht, weil ich nicht in dieser Orga-Gruppe drin bin. Ich hab Mike, also als die Jungs sich das letzte Mal getroffen haben, saß ich daneben und hab denen mit einem halben Ohr zugehört und ich weiß, dass die mindestens acht Demoplatten geplant haben bis jetzt und dass wir möglichst versuchen, nicht allzu viel davon selber zu machen, sondern das durch Freunde, befreundete Clubs, befreundete Crews machen zu lassen, damit wir die Möglichkeit haben, das Sommerfest zu genießen, ohne allzu viel arbeiten zu müssen und uns dann auf die schönen Dinge konzentrieren, wie Getränke verkaufen und Würstchen braten und mit Leuten reden und sowas. Aber genau sagen, was wir, wer was Demoplat, kann ich leider noch nicht. Genau, ich weiß, also genau, da will ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und da will ich auch nichts Falsches sagen. Ich könnte jetzt, also, das wäre Quatsch. Okay, dir soll geholfen werden. Ich werde, das habe ich nämlich schon mit den Jungs quasi auf der Taktika festgemacht, ich werde ein Demospiel Luna anbieten, sprich also, die Amerikaner und die Russen treffen sich oben auf dem Mond und wollen mal ausfechten von wegen, so wem denn jetzt eigentlich der ganze Mond hier gehört und so weiter und so fort. Ich habe ein Szenario schon ausgedacht und da werden dann drei gegen drei Figuren werden dann antreten auf einer gestalteten Mondoberfläche und ich werde extra für euch, extra für die Tabletop-Freibeuter, eine 60-60 Mondlandschaft-Platte werde ich bauen und diese mitbringen. Oha. Mega. Mega. Da verdirbst du die Preise aber jetzt schon ganz schön. Das heißt, alle, die das jetzt hören, wissen, sie haben jetzt noch fünf Monate Zeit, da mindestens gegenzuhalten. Unangenehm jetzt. Ja, und als wäre das nicht schon genug, werde ich tatsächlich auch eine Platte mitbringen. Allerdings werde ich die nicht extra für das Event bauen, sondern die habe ich schon hier und zwar werde ich Necropolis 28 anbieten auf dem Event als Testspiel sozusagen. Aber die Platte ist schon gebaut und steht bei mir auf dem Kühlschrank und die Minis, dafür habe ich auch alle schon. Aber es wird eine ähnliche Mini-Anzahl wie bei Piwi werden. Also es wird auch sowas in dem Dreh, drei gegen drei, vier gegen vier, sowas in dem Dreh wird es da auch werden auf jeden Fall. Aber auch die Minis, die habe ich alle schon da und das ist alles schon, steht alles schon sozusagen abfahrbereit in der Boxengasse. Abfahrbereit, läuft. Ja, das wird, glaube ich, ganz geil. Also, ne? Okay, wir hatten ja letztes Jahr das Erdgeschoss und den zweiten Stock und den Garten und dieses Jahr haben wir noch den ersten Stock mit der Galerie dazu und da dann sehr viel Platz für Demo-Tische. Also da gehen alleine so, also das ist ja ungefähr nochmal dieselbe Größe wie unten das Café und entsprechend gehen da auch nochmal locker sechs Tische mit trotzdem sehr, sehr viel Platz rein. Genau, so dass wir da viel Möglichkeiten haben, ohne uns gegenseitig auf den Füßen zu stehen. Ich werde kein Spiel anbieten, da ich, ich werde mir meinen kleinen Sohn anrücken wieder und den zu betreuen ist dann aufregend genug für mich. Allerdings, aber ich habe natürlich, wenn ich nicht selbst arbeite, da habe ich natürlich gute Ratschläge dafür, dass andere arbeiten können. Und zwar, hast du dran gedacht oder hat einer von euch das ins Auge gefasst, die Jungs vom Trave-Spieler-Treff zu fragen? Das sind die, die Org-Quest angeboten haben bei der Taktika und ich weiß, dass die, die haben ja kein eigenes Vereinsheim, aber ich glaube, die nehmen sowas immer gerne wahr, woanders aufzutreten. Vielleicht wird sich das anbieten. Ich kann es dir nicht sagen, ob Mike die angesprochen hat, weil der hat ja auf der Taktika wirklich, wirklich, wirklich Gott und die Welt angesprochen. Aber ich werde ihn zur Not nochmal daran erinnern, dass er auch die Menschen vom Traver-Spieler-Treff an, Spiele-Treff ansprechen kann. Weil Org-Quest, das war ja wirklich, das war ja wirklich ein Erlebnis. Das war geil, ne? Das war ja auch ganz großartig. Ja. Vielleicht erzähl dir den Leuten da draußen nochmal von wegen so, was das genau gewesen ist, damit die sich was vorstellen können, warum wir da gerade so von schwärmen. Ich stand am Samstag in Gang und dann kamst du, Pivi, glaube ich, vorbei und hast gesagt, wir brauchen hier noch einen für Org-Quest. Komm mal mit. Du bist akquiriert. Und dann saß ich da mit euch am Tisch und dieser wirklich charmante Mensch vom Spiele-Treff hat uns da durchgeführt und an sich ist das ja ein gepimptes Hero-Quest gewesen. So. Oder? Ja. Hoffnung. Von der ganzen Optik und vom Gefühl spielt man einfach vier Orgs, die in den Dungeon reingehen und dort die Menschen vermöbeln einfach. Und es gibt Loot. Inklusive Tür aus den Angeln reißen. Genau, Loot. Das Allergrößte ist, darüber komme ich auch bis heute nicht hinweg, ist halt sozusagen parallel zum Barbaren bei Hero-Quest gibt es halt auch den Org bei Org-Quest, der als Sonderregel hat, dass er die Türen nicht öffnet aus der Wand rausreißt. Das ist so. Großartig. Da kannst du die Türen halt nicht wieder zumachen, weil die raus ist. Was der Intelligenz nicht hat, hat er an Muskelmasse umso mehr. Genau. Das war schon geil, ey. Das war schon geil. Das war schon Highlight. Ja. Absolutes Highlight. Neben uns der Christian, der mitgespielt hat, der hat ein Goblin-Dieb, glaube ich, gespielt oder Assassine oder irgendwie so was war das, glaube ich. Und wir hatten den Dungeon dann ja geklärt und dann sagt er irgendwann von wegen so, oh, guck mal, hier ist eine Tür. Ah, da gehe ich jetzt rein. Alle wollten dann nicht aus dem Dungeon raus nach dem Motto und er macht dann nochmal die Tür auf. Ja, und dann standen natürlich auch nochmal irgendwie zwei Wachen dabei. Die mussten auch erst nochmal irgendwie auf den Dötz kriegen. Es war einfach nur witzig, ey. Bis wir dann unser Loot dann auch dann immer wieder nicht vergessen hatten dann. Ah, herrlich. Herrliche Geschichte. Das war übrigens das einzige Spiel, Jungs, was ich auf der Taktika mir als Demo gegeben habe. Nichts weiter. Ich habe nichts weiter gespielt. Da warst du im Prinzip nicht der Einzige, nur dass ich quasi ja auf unserer Platte anderthalb Demo-Spiele gegeben habe. Also auf der Platte von den Freibeutern und uns. Auch während ihr Org-Quest gespielt habt. Deswegen bin ich ausgefallen, weil dann der gute Thorsten und der gute Mo mal eine Pause brauchten und da bin ich dann eingesprungen und ja, genau. Deswegen bin ich dann für Org-Quest quasi ausgefallen. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, als dann irgendwann ich dann sagte von wegen, ja hier, ist gleich 13 Uhr, dann seid ihr gleich dran. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir uns ja für Org-Quest angemeldet haben. Aber es war gut. Ich glaube, ihr wart vorher noch kurz was futtern oder so und dann auf einmal ging es schon los. Und dann ging das los, wollte ich gerade sagen. Da war nämlich dann schon schon Attacke dann angesagt. Aber es ist ein witziges Spiel. Kommt von Massive Games. Ich glaube Massive Games war das. Und kann man sich auch so kaufen, kann man out of the box spielen, braucht man eigentlich auch kein 3D-Gelände da irgendwie für, sondern es gibt es glaube ich halt auch auf einem ganz normalen Spielbrett. Und dann spielt man wirklich dann halt Orcs, die Menschen vermöbeln. Also das waren ein paar sehr, sehr schöne Mechaniken dabei. Also ich fand zum Beispiel diese Geschichte mit den Wachen, die dann halt auch über diese Kartenmechanik dann ihre Patrouillenwege gehen, fand ich schon ziemlich nett. Ja, und auch dieser Gefahr-Timer, den wir jetzt nicht so wirklich ausgenutzt haben, weil wir so schnell wieder draußen waren, glaube ich, macht einem auch schon Druck hinterher, wenn man zu langsam spielt. Ja, unter anderem. Das denke ich auch. Haku, du hast einen Zauberer, glaube ich, gespielt, ne? Ja, einen Weird Boy. Einen Weird Boy, der mal zauberte und mal nicht zauberte und einfach dann Dinge vor sich hin gesprochen hat. Das war super. Echt Spaß gemacht. Ja, ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob mich euch noch dran erinnert, da sagte er, ja, du kannst zaubern und so. Und ich sagte, ja, aber ich bin in allererster Linie bin ich doch Orc. Ich würde jetzt jemanden auf die Fresse hauen. Er sagte, ja, das lassen die Regeln nicht zu, du musst zaubern. Allein diese Denke. Aber ich habe doch einen Andriff. Da haben wir mit drei bis sechs Feldern. Das war einfach zu gut, ey. Das war zu gut. Also wirklich ein klasse Spiel. Die Spielmechanik, die war, also ich, es mag auch daran sein, daran liegen, dass wir da mitten auf der Con saßen und 500.000 Leute mit 800 Dezibel daneben waren. Ich hatte echt Schwierigkeiten, ganz am Anfang, die Spielmechanik zu begreifen, weil sie auch wirklich anders war als ähnliche Spiele. Sie hat mit der Spielmechanik von HeroQuest selbst eigentlich wenig zu tun, aber eigentlich war die dann doch recht eingängig. Also das ist, man musste sich halt nur ein bisschen konzentrieren mal. Und kam gut. Und ich sehe auch gerade, dass das Spiel selbst ist sogar relativ gut verfügbar. Also bei Ebay sind mehrere Sachen, wo du das kaufen kannst. wer es haben will, kriegt es auch zum vernünftigen Preis. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, von wegen, das kostet auch gleich wieder. Wenn man das Cover der Box sieht, weiß man genau, was Phase ist. Das ist genau ein Ork. Das ist genau die gleiche Szene wie bei HeroQuest, nur alle sind Orks und die Bösen sind Menschen. Ja. So, jetzt haben wir genug von Cons geredet und von irgendwelchen Spielen, die wir gemacht haben und so weiter und so fort. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder so ein bisschen auf uns selber. Gnotz, was hast du denn bei dir jetzt so quasi auf dem Hobby-Tisch stehen? Was ist bei dir gerade hobby-technisch, was geht da ab? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir bei uns zum Club alle so ein bisschen die Hobby-Schmetterlinge sind und nachdem wir Ende des letzten Jahres noch irgendwie eine One-Page-Fantasy-Slow-Grow-Kampagne am Start hatten, sagte dann im Dezember irgendjemand zu mir, ich habe hier noch so ein Song of Ice and Fire Free Folk Starter Set. Das kann man auch unbemalt spielen. Genau, fang doch damit an und dann habe ich gesagt, ja, cool, dann spiele ich jetzt halt noch ein Spiel mehr. Aber ich bemale so gerne Figuren und darum habe ich jetzt irgendwie im letzten Monat oder seit Anfang des Jahres anderthalb Armeen für Song of Ice and Fire bemalt, weil ich jetzt auch natürlich das gleich turniermäßig spiele und das ist ein Turnier gibt mir eine Bemalpflicht und bis da, bis das ist, muss ich noch drei Einheiten Bogenschützen malen oder so. Ja, genau. Nicht schlecht. Aber es sind ganz fantastische Figuren, ganz fantastische Figuren. Ich höre das momentan relativ häufig, dass ganz, ganz viele Leute plötzlich dann so ein bisschen angezeigt, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen angemacht sind von dem ganzen System, so nach dem Motto. Also ich habe da irgendwie noch nicht so wirklich den, sagen wir, den Zugriff, so dieses will ich haben Gefühl, versteht ihr, was ich meine? Das habe ich nicht bei dem Spiel. Aber ich höre jetzt von ganz vielen Leuten, dass sie wirklich sagen von wegen so, nee, das Spiel an sich ist ziemlich, ziemlich cool. Also. Ja. Ja. Weil es ein Skirmischer ist an sich. Mit diesem Sideboard, mit den, also das Spiel besteht ja aus zwei Ebenen. Einmal der Ebene auf dem Feld, wo du deine vier Einheiten hast im Grunde, die wie einzelne Modelle funktionieren mit Lebenspunkten. Und so drei Modelle daneben, die verschiedene Felder auf einem Taktikboard besetzen können und damit, Sonderfähigkeiten auf den Modellen freizuschalten. Klingt so ein bisschen wie Saga. Wenn ich das jemals gespielt hätte, könnte ich dir dazu sagen. Okay. Ja. Klingt auf jeden Fall ein bisschen wie Saga. Das macht auf jeden Fall unglaublich viel Lust auf mehr. Also das ist ein ganz fantastisches Spiel. Dann ist ja deine Aufgabe klar, was du auf dem Sommerfest der Freibeuter dann einfach mal zeigst, ne? Hast du jetzt schon eine Aufgabe? Ja, ich zeige meine Künste im Aperol Spritz und Wildberry Lillet zu bereiten und Phil Hauke der war ab. Eine Aperol Spritz, ey. Ja, Hauke. Kannst du direkt mit Phil mitfahren und kannst ja schön angedüselt, kannst du da auf dem Beifahrersitz sitzen. Läuft. Ja, der kleine Tim muss ja auch noch bespaßt werden. Also so einfach kommt er mir nicht davon, nö. Ja, super. Hast du sonst irgendwas bei dir auf dem Tisch stehen? Wo du sagst von wegen so, oh, das würde ich noch ganz gerne erzählen wollen. Ich habe hier so eine Figur, die ich wahrscheinlich vor drei Wochen noch in Mülleimer geworfen hätte und dann habe ich gehört, Minis gehören daneben. Das ist so ein das ist so ein Zwergen hält auf auf Schild mit zwei Schildträgern und ich habe in der habe angefangen den hoch aufwendig zu bemalen, habe da irgendwie zehn, zwölf Stunden dran gesessen, Non-Metal-Metal irgendwie draufgeklatscht und habe mir dann einen Podcast für die Uni angehört und habe mich dabei unglaublich aufgeregt und irgendwas ging in meinen Monitor geworfen und das ist abgeprallt. Oh nein. Da das ein 3D-Druck ist, hat dieses Ding sauber die Axt von einem Zwergenfürst geköpft und das das Axtblatt ist auch so weit weg gehüpft, dass ich es nie wiedergefunden habe. Darum steht er jetzt hier und wartet darauf, dass ich irgendwo ein neues Axtblatt finde, das anklebe und ihn dann zu Ende bemale, aber er wird nicht weggeschmissen, sondern das ziehen wir durch. Also einfach nur für die Vitrine. Das ist der Spirit. Einfach nur für die Vitrine, genau. Ja, das ist der Spirit, wie Philipp gerade sagte, genau richtig. Das ist der Spirit. Ah, supergeil. Ja, du, vielleicht habe ich noch ein Axtblatt für dich hier liegen. Ich gucke mal und dann schicke ich dir das einfach. Das wäre ein Traum. Brauchst du so ein doppeltes Axtblatt oder irgendwie so? Am liebsten schon, habe ich auch schon darüber nachgedacht. Ich habe hier noch irgendwo so Ork-Bits liegen, ob ich da vielleicht so ein Ork-Axtkopf habe, aber das bockt nicht. Also so ein Doppeltes wäre schon richtig geil, aber die Jungs unten drunter haben so einseitige und dann muss der Chef ja schon so ein Doppeltes. Ja, die Zwerge vergleichen sich mit ihren Waffen, wer der Größte ist. Also von daher, ich gucke mal in meine Bitbox rein. Vielleicht finde ich da irgendwie was. Liebes für dich. Das schaue ich mal nach. Vielleicht finde ich da irgendwie was. Ja. Phil, was geht dann bei dir auf den Tisch? Oh, da geht so einiges. Also ich hatte vorhin ja schon angedeutet, dass ich hier mit diesem Gaming-Board eine Platte mache, die ich hier quasi jetzt noch so auf dem Tisch vor mir stehen habe, wo ich gerade noch beim Bekleben mit Büschen und Besandten sage ich mal dabei bin und auch noch ein bisschen Staub, weil ich habe so gemerkt, die Ruinen, die wirken jetzt irgendwie so glänzend und so nach der Bemalung und dem Wash. Da muss noch ein bisschen Staub drauf. Da kratze ich dann einfach von so Kreide quasi die Farbe, also ich kratze einfach so ein bisschen Kreide und Pulver das da so drauf. Dann habe ich hier natürlich meine Frostgrave-Bande, zumindest den schon grundierten Teil stehen, der noch bemalt werden muss. Dann habe ich jetzt endlich angefangen mit meiner Firstborn Souldrinkers-Armee. Jetzt habe ich natürlich erstmal nur zwei noch nicht mutierte Marines. Da muss ich dann nochmal gucken, dass ich den ein oder anderen mutierten Marine auch nochmal bastle. Natürlich auch entsprechend mit Spinnenbeinen, also das gehört sich so bei den Souldrinkers, dass man da einen mit Spinnenbeinen dabei hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, das ist auf jeden Fall deren Chef. Dann habe ich hier noch eine ganze, einen Riesenhaufen Warzone-Minis, die irgendwie alle, mit denen ich darüber spreche, immer sagen, boah, sind die hässlich. Aber ich finde die ehrlich gesagt richtig nice und die machen mir unfassbar viel Spaß in der Bemalung und da bin ich jetzt gerade dabei, also da habe ich jetzt schon eine Bande für Grimdark Future Arena bemalt, was ich dann mit dem lieben Freddy A Tale of Grimdark übers Internet zocken werde tatsächlich. Also dadurch, dass das ja so ein auf Hexfeld zu spielendes Spiel ist, werden wir uns einfach quasi mit Webcam am Rechner gegenüber setzen, sozusagen ich bei mir, er bei sich. Er hat da die Tau-Coalition sich ausgesucht. Da werde ich dann einfach so ein paar Tau aus meinem Fundus benutzen und dann werden wir quasi mal probieren, ob man sozusagen Remote, aber jetzt nicht mit Tabletop-Simulator, sondern richtig mit Figuren auf dem Tisch auch mal so ein Tabletop zocken kann und gerade das Grimdark Future Arena, also in der Season 2 werden wir das spielen, weil es halt ein abgeschlossenes und in sich, wie ich finde, sehr rundes Spiel ist, eignet sich das dafür sehr gut. Leider wird das ja mittlerweile nicht mehr fortgeführt, weil die haben ja sozusagen ihren Spielefundus, wenn man es so nennen möchte, ein bisschen konsolidiert, die Leute von One-Page Rules, um sich sozusagen auf die Kernsysteme zu fokussieren. Mit ein bisschen Glück kommt da vielleicht irgendwann nochmal was zu, aber das steht in den Sternen und von daher würde ich mich da nicht drauf verlassen. Und dann habe ich tatsächlich jetzt hier so ein paar Movement Trays und da habe ich jetzt gemerkt, dass ich dann doch ein bisschen zu großzügig mit dem Streu auf den Bases war. Die muss ich dann nochmal ein bisschen sauber machen an den Rändern, damit die Bases auch alle in die Movement Trays reinpassen, weil sonst wird das ganz schön knapp, sage ich mal. Also die sind sehr, sehr genau bemessen und wenn da quasi an den Base Rändern noch Streu, weil ich habe ja MDF Bases, also sehr flache MDF Bases und wenn da an den Base Rändern noch so ein bisschen Streu übersteht, dann wird das ein bisschen schwierig, die in die Movement Trays reinzubekommen. Und dann habe ich da auch noch so um die 600 Punkte Echsen anzumalen, die ich hier auch schon stehen habe, die muss ich aber auch noch grundieren und ja und in meinem Kopf auch schon ganz, ganz viele andere Projekte, also eigentlich viel mehr Projekte, als ich Zeit habe, aber so ist das halt im Leben. Ich wollte gerade sagen, man hat doch immer viel mehr Dinge im Kopf, als man eigentlich dann irgendwie machen kann, also von daher, das ist aber nicht schlimm, ich glaube, das ist einfach so dieses geniale Chaos, was man im Kopf einfach hat, was in seinem Hobby dann irgendwo dann niederschlägt und man ist mal hier dran und man ist mal da dran, also von daher eigentlich eine ganz, ganz witzige Nummer, von daher alles gut. Ja du, also ich muss auch sagen, so mag ich das Hobby am liebsten und so bleibe ich auch am längsten am Ball, wenn ich immer wieder zwischen den Projekten hin und her wechsle, weil das mache ich auf der Arbeit auch so, ich habe irgendwie fünf Projekte, die ich parallel bearbeite, um dann immer wieder mal was für das eine Projekt und mal was für das andere zu machen, wenn ich gerade der einen Arbeit überdrüssig bin, dass ich dann nicht sage, oh ja, jetzt mache ich erst mal Pause, sondern oh nee, jetzt mache ich erst mal damit weiter, weil da habe ich jetzt gerade Bock drauf und da bleibt man dann irgendwie besser, also bleibe ich persönlich besser im Flow irgendwie, habe ich so gemerkt, wenn ich einfach so, heute habe ich mal Bock an der Gestaltung von dem Gelände weiterzumachen und morgen bemale ich dann vielleicht mal eine Frostgrave Mini, weil ich gerade mal mehr Bock auf Minis bemalen habe, so wie es gerade passt halt und das geniale Chaos, da hast du schon recht. Sehr gut, ich würde sagen, wir gehen ins geniale Chaos weiter, weil wir haben ja, man muss dazu sagen, wir haben eine Signalgruppe, wo wir uns als Team immer so ein bisschen austauschen und dann, Chaos, es geht wieder los und da kommen zwischendurch so Sprachnachrichten rein und man denkt sich von wegen so, der liebe Hauke, was hat der Hauke denn auf einmal, hört man in den Mittag und einfach nur noch dieses gewisse Wörtchen Chaos und ich denke mir nur von wegen so, Hauke, ist alles in Ordnung bei dir? Was stimmt denn bei dir auf dem Mahlplatz denn dann nicht? Was passiert da gerade? Wieso? Hier ist alles in Ordnung. Überhaupt nichts Auffälliges. Ich habe, nur weil ich drei Arme habe. Nein. Also, was geht bei mir ab? Ja klar, der Beat ist die alte Welt und ich bin hier mega, mega geflasht im Warmer Fantasy The Old World Fieber und drehe total am Rad. So gut ging es mir lange nicht mehr. Ich könnte die ganze Zeit nur lachen und mich freuen. Wir haben das ja Podcast-mäßig komplett erschöpfend bearbeitet. Das heißt, das, was jetzt kommt, jetzt muss das Spiel sozusagen den Realitäts- Check überstehen und ich werde mich drum bemühen, das halt auch in regelmäßigen Abständen halt dann mit Schwerpunktfolgen zu machen. Aber da geht es um Spiel als solches. Lange Rede, kurzer Sinn, was mache ich? Ich mache erst mal das, was Phil gesagt hat und zwar, ich mache mir keinen Stress, sondern so jeden Tag bis hin fünf Minuten mindestens und mal gucken, was passiert. Aber so fünf Minuten Hobbyarbeit pro Tag und das ist so das Minimum, das schafft man ja nun wirklich. und ich habe angefangen, Armeelisten zu schreiben. Ich habe so dermaßen gar keinen Bock mehr gehabt, irgendwas zu bemalen, also wirklich überhaupt gar keine Lust mehr, dass ich einfach mal was anderes machen musste und er hatte sich ja wirklich angeboten, hier die neuen Armeelisten auszureizen, sich das zu überlegen, Untote, Vampire-Accounts, Breton, Orcs, Chaos. Und das ist halt die Armee, an der ich halt jetzt auch sitze. Ich habe diverse Armeelisten geschrieben für meine Chaos-Armee und angefangen jetzt meine Chaos-Armee umzubasen. Ich habe tatsächlich angefangen, bei allen Bases abzurupfen. Chaos, ganz genau. Bei allen, die Bases abzurupfen und das ging überraschend einfach und gut und bin jetzt dabei, die Sachen im gleichen Zuge sozusagen auch hochzumalen, nochmal eine Schippe draufzulegen, zu verbessern und das ist für mich, der sehr ungerne malt, eine sehr dankbare Sache, eine Figur zu nehmen, die 20 Jahre alt ist, von der ich aber sagen muss, die ist wunderbar für ein Tabletop-Spiel geeignet. Tabletop-Standard ist gut und sauber bemalt, so wie ich das mag, aber dann einfach ein paar Highlights hier und dort anzusetzen, ein, zwei Leuchteffekte und fertig ist. Das ist überraschend entspannt. Ich habe heute fünf Chaos-Barbaren angemalt und gut ist und nebenbei baue ich halt schon die nächsten Armeen auf. Also die Chaos-Armee selbst baue ich gerade um, aber was bei mir die ganze Zeit zum Hinterkopf läuft, ist meine Untoten-Armee mit dem Vampire-Account. Und die hatte ich damals ja, das war ja diese bretonische Hintergrund für die sechste Edition, die hatte ich ja auf Steel Legion Drap gebased und nicht auf Goblin Green, so wie es eigentlich fachmännische TUW-Art wäre. Und damit war ich sehr unglücklich, dass das auf Steel Legion Drap ist. Und dann habe ich mir aber die Matte 72, das müsste Highlands sein, von Deepcat Studios gekauft und mal die Stellprobe gemacht. mit Wald und Matte und Moors Garten und meinen Bemalten und Toten auf Steel Legion Drap sah das so grauenhaft und gruselig aus, dass ich das sofort wieder abbauen musste. Weil wenn ich das so dunkel hätte stehen gelassen, hätte ich mich selbst echt erschrocken. Also das ist ganz großartig geworden, obwohl ich das damit nicht gerechnet hätte. Und diese Vampire-Accounts-Armee werde ich halt im Anschluss an die Chaos-Armee. Dann auch noch mal hochmalen. Dann das, was ich damals mir schon überlegt hatte, halt weitere, weitere Knochen halt zu highlighten und so weiter und so fort und Movement Trace dafür zu besorgen und was man halt alles so braucht. Die Armee halt noch zu ergänzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Zur Zeit, die nächsten drei Monate steht die Chaos-Armee an, dann ist sie fertig und dann drei Monate die Untoten und dann kommt irgendwas anderes mit The Old World und gut ist. Total The Old World-Fieber, ne? Ich weiß nicht genau, ist das bei euch auch irgendwie gerade so im Kommen oder ist das gar nicht bei euch irgendwie? Naja, bei uns, also alles ist bei uns immer im Kommen. Wir haben so ein Reservierungstool, wo Leute sich Tische buchen. Wir haben ja wenig Platz bei uns im Club, das heißt, wir müssen uns irgendwie organisieren. und ich habe gesehen, für morgen, wenn Clubtag ist, ist ein Tisch gebucht für The Old World. Von daher passiert, also Moritz hat ja dasselbe gemacht, der hat eine Chaos-Armee komplett von, also die hat er benutzt für Kings of War, weil Warhammer Fantasy ja tot war. Und die hat er komplett, also da benutzt du ja keine einzelnen Bases, sondern hast du große Movement Trace, also Multibase Szenario Bases und die hat er gerade komplett runtergerissen, um sie wieder auf Square Bases zu stellen und damit jetzt The Old World zu spielen. Ach krass. Von daher wird da wohl, also es gibt einige Leute, die da am Start sind, ja. Ja, ich bin gespannt, also wir treffen uns jetzt ja im April, treffen wir uns nach Ostern mit dem Matthias und dem lieben Stefan vom Tablepot und da werden wir ein bisschen Mordheim spielen und der liebe Stefan, der hat schon angefangen da seine Platte zu bauen und so weiter und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Also von daher, ich bin jetzt gar nicht sicher, spielen wir auch The Old World? Ja, ne? Hauke? Wie, ich spiele The Old World? Wir spielen Mordheim und wir spielen... Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich spiele The Old World. Ja, aber... Ja, 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 nein, 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 es ging auch darum, von wegen, dass wir auch Mordheim spielen, glaube ich. Ja, wir wollen Mordheim spielen und wenn es die Zeit zulässt, noch mehr Spieler spielen The Old World. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und es gibt Schnitzel und es wird episch. Episch wird es, weil es beginnt morgens mit einem Mettfrühstück. Also von daher, ähm, es ist, glaube ich, so gute Tradition, die wir fortführen müssen. Ja, ja, bei mir steht, äh, momentan The Old World noch nicht ganz so oben auf dem Zettel, weil ich noch ein bisschen andere Sachen dann, äh, zu tun habe und, äh, die fertig machen möchte. Unter anderem halt auch die Minis natürlich für Luna. Die sind jetzt nicht ganz so wild, dass man die jetzt, äh, ähm, in, äh, in Angel-Giraldés-Manier bemalen muss, so nach dem Motto, da, ähm, weiß oder eine Cremefarbe schon die beherrschende Farbe des Raumanzuges. Also von daher, das wird nicht ganz so viel sein. Da kommen noch ein paar Details drauf und dann hat sich die Geschichte und dann, denke ich mal, bin ich da auch relativ zügig damit durch. Und ansonsten steht, viel Frostgrave gerade an. Also Phil und ich, wir sind ja dabei, dass wir uns noch so ein bisschen in Frostgrave reinarbeiten. Die ersten Spiele Frostgrave habe ich schon gemacht. Ich glaube, Phil, du hast noch keins gemacht. Das ist richtig, ne? Ich habe tatsächlich leider noch keins gemacht. Ich habe zwar, äh, äh, die Regelbücher, also zumindest das, ähm, Hauptbuch sozusagen da und die eine Erweiterung dank dem lieben, äh, Miniaturikum. Grüße gehen raus. Aber ansonsten, äh, bin ich da noch quasi, äh, jungfräulich, was das angeht. Komm nach Bergedorf. Wir können trainieren. Wir können trainieren. Wir spielen das hier unglaublich kompetitiv. Oh, echt? Also so richtig kompetitiv? Eieieieiei. Ja, ja, das ist so richtig. Wir haben mal eine regelmäßige Runde alle zwei Wochen gehabt, die hat sich aufgelöst, weil das zu salty geworden ist. Ach, du Scheiße. Ach, du Weimatland. Also ich möchte mich da nicht aus... Ich war super salty. Das war wirklich unangenehm am Ende. Die Leute kamen aus dem Nachbarraub rein und haben gesagt, Leute, benehmt euch. Gibt ja auch noch andere Leute, die einen schönen Abend haben wollen. Hört auf, ihr ganzes Schrein. Ehrlich, ist unangenehm. Uh. Nee, da sind wir anders, ne? Also da sind wir andere Spieler, da sind wir. Muss man. Also wir sind die Ersten, die sich bei AEC 2090 kein einziges Mal gegenseitig abgeschossen haben. Also das spricht, glaube ich, Bände. Ja, das stimmt. Das war ein gutes Ding, ey. Das war wirklich ein gutes Ding. Das bringt mich auch gleich auf mein nächstes Ding. Also nach Frostgrave, was ich jetzt alles schon bemalt habe, ist heute frisch grundiert meine komplette Bande. Ich habe nämlich beim letzten Spiel, habe ich mir vom lieben Daniel, der bei uns hier aus der Osnabrücker Runde kommt, und ich glaube, vom Lars, hieß er. Lars? Korrigiert mich. Gerade das erste Mal da gesehen gehabt. Da haben wir Minis dann geliehen. Und jetzt habe ich endlich meine eigene Bande und da wird natürlich auch fleißig bemalt und gemacht und getan. Und wie Philipp gerade richtig sagte, wir sind nämlich mit dabei mit einer Road to AEC 2090, zusammen mit den Magobotatus dabei. Und da haben wir eines schönen Samstagtages irgendwo im Raum Hannover, haben wir ein Demo-Spiel bekommen vom lieben Patrick und vom Stefan, die uns dann in die wunderbare Welt des Cyberpunk eingeladen haben. Und AEC 2090, müsst ihr euch vorstellen, spielt 70 Jahre in Deutschland in der Zukunft. Und man baut sich durch verschiedene Dinge seine Bande auf. Und das wird ein grandioses Ding. Das wird wirklich ein grandioses Ding. Freiheit für die Tiki-Wesen, Freiheit für die Tiki-Wesen, Freiheit für die Tiki-Wesen, Weilphil, was hast du zum Beispiel für eine Bande? Für AEC? Ich spiele tatsächlich die, ich werde die Aktivisten ins Feld führen. Und zwar spiele ich quasi, ja, Digi-Wesen-Befreiungsaktivisten, die versuchen, den bösen Konzernen, die Digi-Wes sozusagen abzuluchsen, um sie wieder in die Freiheit der digitalen Welt zu entlassen, dass sie da nicht für irgendwelche kapitalistischen Zwecke missbraucht werden. Ja, es ist so witzig. Oh, wie unangenehm. Jetzt müssen wir ein neues Board bauen für so ein Spiel und alle fangen das an und jetzt muss ich mir auch so Cyberaktivisten kaufen. Ach, würde das nicht ausstrahlen vielleicht? Lass mich kurz überlegen, nein. Mist. Aber es könnte durchaus sein, dass wenn man, ich sag jetzt mal, den lieben Stefan und Patrick einfach mal fragt, ob die nicht Bock haben, zu euch auf Sommerfest zu kommen, dass die dann vielleicht das Spiel mitbringen und ihr werdet genauso schnell angefixt sein wie Philipp und ich und die Magabotatos und ja und Schade. Ich sag mal so, bei meinen Aktivisten ist auch eine Druidin dabei, die zaubern kann. Genau. Also das ist ein sehr, sehr geiles Setting, was sie sich da ausgedacht haben und auch von den Spielregeln her ein sehr, sehr geiles Ding und da haben wir jetzt halt Minis bekommen und ich habe das Syndikat gewählt und wir werden das natürlich auch so irgendwie machen, dass wir uns aus unserer lokalen Stadt, aus der wir kommen, uns Gedanken darüber machen, wie könnte denn dieses Syndikat hier jetzt in meinem Heimatort Bramische, wie könnte das Syndikat irgendwie, sagen wir mal, Philips Gang gefährlich werden und von was für einer Art Konzern kommen die und was wollen die eigentlich und so. Und da habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht und es wird mega, mega witzig. Also von daher Cyberpunk mit ein bisschen Zauber, Magieeinfluss und das Ganze noch in Deutschland das ist ein Ding, das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Sagen wir mal so, ich versuche mir vorzustellen, wie es in 70 Jahren in der Kornstraße aussieht. Ja. Ich habe ja schon mal eine Shadowrun-Kampagne in Deutschland, also so eine, habe ich ja früher Pen & Paper gespielt, da haben wir gesagt, Shadowrun ist ja auch so ein Cyberpunk-Spiel mit Magie und da gibt es ja auch einen deutschen Ableger von, das holt mich unglaublich ab, gerade was ihr erzählt, unangenehm. Ah, verdammt, und schon wieder geinfluenzt, ey, verdammt, ne, also echt, Gott sind wir böse. Es liegt alles im Auge des Riggers. Das ist auch schlimm. Ja, genau. Es liegt alle im Auge des Riggers. Ah, sehr, sehr gut. Ja, aber da lasst euch noch mal so ein bisschen, so ein bisschen, ja, überraschen, da kommt auf jeden Fall noch was, da werden wir euch nicht im Dunkeln lassen. Da wird es ein bisschen mehr geben auch zu der ganzen Geschichte, also sowohl zum Spiel selber als auch dann zu Road 2 und so weiter und so fort. Also von daher, da werden wir ein bisschen, ein bisschen was machen und wir schielen natürlich dann rüber zu den Mago Botatos, mit denen wir dann diese ganze Road 2 dann auch dementsprechend machen. Also von daher, da wird was kommen. Ja, das ist das, was momentan hier bei mir auf dem Schreibtisch steht. Also das klingt erstmal nach gar nicht so viel, aber es sind halt Miniaturen dabei, wo ich denen auch ein bisschen, ein bisschen Liebe schenken möchte und von daher, ja, einige Sachen haben schon ganz gut funktioniert, auch gerade so für Frostgrave hat das ganz gut funktioniert und ich habe mir für The Old World, habe ich mir sogar schon 1200 oder 1250 Punkte Zwerge zusammengestellt, die ich jetzt im Prinzip einfach nur noch ausdrucken und bemalen müsste. Farbschema steht auch schon im Kopf und von daher, alles gut. So ist der Plan. Mega. Der ist der Plan. Die Zwerge von Highland Games? Die Zwerge von Highland Managers, genau, die sind das. Absolut genial. Ja, mega. Ich habe die auch gedruckt, die sind wirklich, die sind wirklich, wirklich hübsch. Ja, die schaffen es einfach, diesen Warhammer-Flair einzufangen, auch wenn es nicht wirklich gerade GW ist, aber das ist einfach ein richtig, richtig geiles Artwork, hätte ich jetzt fast gesagt, was die da hinlegen, also so ein Skype-Ding, was mich total triggert, weil das ist einfach nicht überladen, das ist aber auch nicht zu wenig Detail, was da an den Figuren dran ist, sondern es ist genau das, was ich in der Mitte auch irgendwie auch bemalt schaffe und ich glaube, wenn ich da einfach Grundfarben drauf mache und meine Idee ist dann ja, mit dem Ami Painter Quickshade zu arbeiten, sollte da eigentlich eine sehr, sehr adäquate Geschichte dabei rauskommen. Ich kenne es. Und den König auf Schild habe ich mir zerschossen. Jetzt hast du auch ein Bild im Kopf. Ach, den hast du echt zerschossen? Ah. Ja. Pass auf, auf den Schildträger, ne? Ja. Ja, pass auf, habe ich hier, stecke ich dir eine Post, kriegst du? Ach, wie süß. Bloß dann musst du den neu bemalen, ist aber auch scheiße, ne? Ja, nee, ich werde nicht das gucken. Ja, ich überlege gerade, ob es eine Axt einzeln ist. Ich, oh, das könnte, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich gucke auch nochmal. Also, wenn du nichts findest, gibt es die Sachen ja als fertig, als Einzelteile und als fertig druckbar. Also, es gibt es ja meistens beides. zumindest bei One-Page Rules ist das immer so, dass du es immer als Einzelteil kriegst und vielleicht gibt es ja einfach nur den Arm mit der Axt oder so eins. Ich glaube, es war der König mit der Axt in der Hand und ein Typ mit dem Schild auf dem Kopf und ein Typ nackt. Ja, das kommt ungefähr hin. Das kommt ungefähr hin. Ich gucke mal nach. Dann lässt du schon eine Lösung finden. Ich denke auch. Ja, total. Ich denke auch, das kriegen wir hin. Ich würde mich anlächeln und mich daran erinnern, dass ich mich über Uniscripts nicht mehr aufregen würde. Ja, genau. Naja, aber wenn ich nur mal was Falsches zitieren, dann kann man auch mal seine Figur gegen Morito werfen halt. Ja. Lassen wir das mal so stehen. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe heute Post bekommen und zwar von Steffen. Das ist einer der Jungs, die auch mal bei uns zu Gast waren, damals über den 3TH, die Grim Dark Future Turnier in Hannover gemacht haben. Ui. Und da steht nämlich das nächste Grim Dark Future Turnier, also One Pay Jules ist das logischerweise, steht nämlich an, am 6. April und diesmal allerdings nicht im 3TH in Hannover, sondern bei, man höre und staue, bei den 6 Kilo hannoverischen Tabletop-Freunde. Und da sind noch Startplätze frei. Das Ganze ist über 3T3 zu finden und ich werde leider nicht können, ich kann schlicht und ergreifend nicht wirklich jedes Wochenende irgendwo hinfahren und Tabletop spielen. Einmal kann ich schon machen, aber da muss ich mich darauf einstellen, dass dann meine Frau auch irgendwie dann demnächst weg ist halt. Okay, gut. Oder auch nicht. Ich hätte da nicht hin können, aber genau. Aber da sind halt noch Plätze frei und ich sehe auch, dass der Sieger aus dem letzten Jahr, nämlich, und so schließt sich der Kreis, nämlich Sven von den Freibordern, auch mit seiner kleinen Tochter dort antritt und er bringt seine allseits beliebten Redman-Clans wieder mit, was eine absolute Pesterarmee ist. Geil. Aber gut. Und was ich auch sehe, es sind diesmal nicht 4 Spiele pro Tag, was ich persönlich als zu viel empfand, sondern 3. Und das finde ich sehr, sehr geil. Alles weitere bei T3 halt. Ja, mega gut. Würde ich sagen, packen wir unten in die Shownotes mit rein, dann kann man sich das auch gleich dann anklicken. Macht, glaube ich, auch Sinn. Genau. Genau, genau. Das. Okay, alles klar. Ja, es war wieder eine pickepackevolle Kantine eigentlich. Auch wenn wir gar nicht so viel zu erzählen hatten, haben wir doch über unsere Themen, die uns gerade so ein bisschen bewegt haben, doch das ein oder andere Wort verloren. Und wir werden mit Sicherheit auch demnächst noch wieder eine ganz normale Folge eurer Dice & Nords dann rausbringen. Ich habe auch schon mit Sicherheit das ein oder andere Thema, was wir so auf der Kantarre haben. Das haben wir schon soweit besprochen. Also lasst euch da überraschen. Aber das soll es heute gewesen sein mit einer wundervollen Kantine nach der Taktika. Auch wenn wir etwas später dran sind. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Hört euch die ganzen anderen Folgen an von den Leuten, wie zum Beispiel Maga Botato, warum Sebo nämlich elf Stunden später erst auf die Taktika gekommen ist. Oder von den Jungs vom Tablepot. Der Fabi, der hat nämlich dann Sprachnachrichten eingesammelt und so weiter und so fort. Hört da doch einfach mal rein. Da freuen die Jungs sich, wenn ihr auch einen Kommentar hinterlasst. Genauso freuen wir uns über eure Zuschriften. Und wenn ihr Bock drauf habt, bei Minis Gehören daneben mitzumachen, dann schreibt uns, wie gesagt, was Phil vorhin sagte. Einfach an über die bekannten Kanäle. Und dann werden wir uns mit Sicherheit mit euch in Verbindung setzen und dann einen Abnehmer für eure Minis dann da draußen finden. Ich sage Dankeschön an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Euch drei danke ich, dass ihr mitgeholfen habt, diese Folge zu gestalten. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Schotten dicht. Und dann gehen wir jetzt in eine Koje. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017